Mürkan, Mürkan, Mürkan! Das hab ich hier schon wieder gemacht, hä? Sag mal, hör mal auf da rumzufummeln! Ey, ich hab was entdeckt vorne, da sind so Lucky-Blöcke! Lucky-Blöcke? Die gibt's doch hier gar nicht! Doch, 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 die sind einfach bei Travers Flugplatz! Können wir mit deinem Wagen da hinfahren? Ja, da vorne, da ist Flugplatz! Komm, ey, klar, steig ein, das soll ich dir zweimal sagen! Okay, sehr gut! Ey, Leute, das wird, glaub ich, krass werden, ey! Das wird richtig, richtig happy mit den ganzen Lucky-Blöcken da! Du hast es ja noch nicht gesehen, die sehen richtig, richtig herzig aus! Glaub mir mal, ne? Die können ja jetzt nicht alle öffnen! Oh, Mürkan, das Ding ist, wir haben so zwei Reihen, also du willst es auf jeden Fall gleich sehen! Da können wir den quasi beide so gleichzeitig öffnen! Siehst du da hinten schon in der Entfernung? Boah, was? Tatsache! Ja, ich hab dir nicht angeflunkert, kein Problem jetzt hier! Ey, das wird richtig cool, Mürkan! Das sieht echt, dreht dich heftig aus! Okay, ähm, ich nehm die rechte Seite, okay? Du kannst die linke nehmen! Wie öffnen wir die jetzt? Äh, ich glaub, warte mal, hä? Stimmt, gute Frage! Vielleicht müssen wir einfach gegenschießen oder sowas, ne? Boah, soll ich's ausprobieren? Okay, dann probier du mal aus, dann mach du mal erst deinen Lucky Block auf! Ey, ich bin so gespannt! Okay, was? Oh! Lol! Hä? Einfach ein Auto? Du hast ein RC-Auto, hast du auch eine Fernbedingung dafür? Ne? Also, vielleicht... Hey, ich bin eingestiegen! Was? Nein! Ey! Bro! Ich kann mich umfahren! Alter! Hä? Hä, du kannst jetzt mit dem RC-Car einfach rumfahren? Richtig gut! Warte, mal, kann ich mich auch da raufstellen, weil ich stehe mir, dass du da rauf... Und jetzt fahren wir los! Wir fahren jetzt nicht die Gegend! Ne, okay, das ist gefährlich! Aber ey, das sieht ja richtig cool aus! Hä? Hä? Ich will auch so ein... Warte, ich will auch so ein Auto haben! Okay, ich mach jetzt mal ganz kurz meinen Lucky Block auf! Äh... Sag mal! Ich krieg ja nur Scheiße! Was ist denn das? Hä? Das ist ja voll am Stinken, Alter! Oh! Du kriegst einfach so ein richtig cooles RC-Auto und ich krieg jetzt hier nur so ein Scheiße-Ding? Hä? Okay, guck mal! Das Ding ist... Ja? Wenn ich da jetzt auch Scheiße bekomme, dann fahr ich wieder nach Hause! Stimmt, du kannst einfach... Ja, guck mal, ich meine, du kannst wieder Tacos verkaufen gehen, das kannst du ja machen mit deinem Ananas-Kopf! Ja, dann mach mal das nächste Lucky Block-Ding auf! Bist du ready? Ich bin sehr, sehr gespannt, ja! Okay, drei, zwei, eins! Oh! Oh! Was? Ein Riesen-Euro? Du kriegst echt einen Riesen-Euro, was ist das denn? Glaubst du, den kann ich mir einfach nehmen? Ja, sammel den einfach ein! Ja, sammel den einfach ein! Stecke ich mir in deine Uhretasche, Digga! Du hast jetzt einen Euro, glaub ich, ne? Ich kann einfach einen Euro dazu bekommen! Hä? Aber was mach ich damit? Kannst du jetzt mit irgendwas kaufen oder so? Ist dir irgendwo ein Laden, wo wir hingehen können? Lass mal die Gegend kurz abchecken! Du kannst ja da einen RC-Card nehmen, ich nehm mal dein cooles Ding, äh, Ding, ja? Ich nehm mein Auto! Pass auf, ich weiß nicht, ob du Bernie kennst, ne? Aber Bernie ist so immer mein, mein Verkäufer! Der ist immer ganz, ganz verrückt unterwegs, der ist an so verrückten Stellen immer und verkauft irgendwelche Sachen! Bernie kenn ich nicht, ne! Ne, ne, aber vielleicht ist er hier irgendwo unterwegs, hat hier seinen Store! Ich such grad schon mal, guck du auch mal bitte! Ja, wo komm ich rum? Das Ding, ich seh gar nicht, weil ich so klein bin hier drin! Oh, warte mal! Komm zu mir, komm zu mir, siehst du mich, wo ich bin? Ich hab jemanden gefunden! Ich auch! Ach lol, da bist du ja! Da bin ich, hey! Mein Auto war so klein, wer ist das denn? Ey, das ist einfach, äh, das ist Bernie einfach, lol! Das ist Bernie, guck mal, der hat hier was! Ey, der hat hier so'n, der verkauft, ey, der verkauft genau für einen Dollar, also einen Euro einen Schlüssel! Ja, hallo Jungs, ich verkaufe einen Schlüssel für einen Euro! Wollt ihr den haben oder wollt ihr den nicht haben? Ey, Möckern, was sagst du, du hast jetzt grad einfach einen Euro geschenkt, kauf den doch einfach, oder nicht? Nimm den hier, hier, bitte schön, der Euro! Okay, Euro abgegeben! Dann ich mir jetzt den Schlüssel! Okay, dann schnapp ihn dir mal auf jeden Fall! Alles klar, sehr gut, dann geht's zurück jetzt hier! Oh, Junge, das wird richtig cool jetzt! Oh mein Gott, was machst du da? Ah! Ich mach dein Taco-Auto, Missingapote, ich bin sauer auf dich, dass du so'n cooles Auto hast! Das Ding ist, warte mal, wenn du jetzt grad, oh, ich bin mir ganz schön weit weg, wenn du jetzt einen Euro grad bekommen hast, ne? Ja? Was krieg ich denn jetzt? Krieg ich einen Cent? Ja, let's go, mach auf! Okay, bist du bereit? Ich mal jetzt die Box auf und, äh, 3, 2, 1, 1, let's go! Loy, was ist denn das? Ey, äh, 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 ist das ein Teleporter oder was? Was ist das? Ich glaub, die Leute, wir müssen jetzt mal auf den Like-Button drücken, damit da was Heftiges passt! Ja, ooooh! Alter, als ob das funktioniert hat! Bro! Ey, aber was ist das? Ich hab Angst, da reinzugehen, muss ich sagen, ne? Ist das eins, geh rein! Pass auf, ich hab ne Idee, du gehst einfach mal vor, weil ich hab nicht so viel Glück, das heißt, äh, geh einfach mal am besten jetzt vor hier! Ich soll, einfach rein! Genau, geh einfach mal rein! Aber wenn mir was passiert, ist es doch dein Lucky Block! Ja, aber ich hab Angst, da reinzugehen! So, geh einfach am besten mal rein! So, geh rein! Und? Irgendwie? Passiert was mit dir? Da ist ein Knopf! Drück mal auf den Knopf, ja, drück mal auf den Knopf! Okay, ich drück jetzt hier den Knopf, okay? Drück rauf, ja, drück rauf! Und was passiert? Oh, oh, oh! Oh, ey, was passiert hier? Was, wo bist du hin? Du bist weg! Bro, ich bin in KFC! Was für KFC, was? Äh, Bro, ich bin einfach im KFC! Wie, du bist im KFC? Ich bin einfach im KFC! Hä, veräpple mich nicht! Boah, das ist richtig lecker! Was? Okay, warte, warte, warte auf, Mökan, bleib da! Ich komm jetzt auch in KFC rein! Ich geh rein! Und den Knopf unteren oder obersten hast du gedrückt? Das ist der, das ist der untere! Okay, warte, ich drück rauf! Und, ey, irgendwas passiert mit mir! Irgendwas passiert mit mir! Wow! Oh, Gott, ey! Was? Du hast recht, hä? Da bist du ja! Alter! Bro, guck dir das an! Ist hier auch ein Mitarbeiter oder was ist hier los? Hier war gar keine Person! Hä, was soll man... Überall essen? Wie, theoretisch können wir jetzt hier irgendwas bei KFC essen, oder was? Also, hallo, ist jemand da? Pass auf, warte, ich schnapp mir einfach mal ganz kurz hier das Tablett! Oh, yeah! Da haben wir vielleicht ein bisschen Stärkung, weil es sind noch ein paar Lucky Blöcke vor uns, ne? Ja! Nimmst du dir auch noch ein Dings mit? Also, ich gehe jetzt auf jeden Fall damit... Ich glaube, ich packe mir hier eine Tüte! Ah, eine Tüte ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? Okay, dann lass mal wieder rausgehen! Was hast du hier geschnappt jetzt für Essen? Ich habe mir zwei Burger mitgenommen, du? Oh, ich habe mir ein komplettes Tablett mit... Komplettmenü mitgenommen! Ey, ist bei dir auch ein Teleporter jetzt da wieder? Let's go, oder? Ey, lass wieder zurück! Lass die weitere Lucky Blöcke aufmachen! Bis gleich! Drücken! Wow, Alter, ich bin wieder zurück! MWK, Willkamp, wo bist du? Da bist du! Bro, ey, das... Wow! Ey! Du hast ja noch den Essen behalten! Die meisten sind einfach verschwunden beim Teleportieren! Oh, was? Aber ich habe gar keine Hunger mehr! Ich packe die jetzt weg! Ja, ja, pack die mal weg! Ey, dein Teleporter war ja für uns beide gut! Der war halt echt richtig gut für uns beide, ne? Ich hoffe, ich bekomme, was gut ist! Du mal wieder an mit deinem Lucky Blöcke, ich bin echt gespannt! Okay, bitte, 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 bitte! Oh! Mr. Krabs? Was? Oha, was will der denn von uns? Was will der von mir? Ey, was ist los bei dir, Mr. Krabs? Mein Junge, du schuldest mir noch richtig viel Geld! Gibst mir jetzt alles, was auf deinem Konto ist! Sofort! Ah! Du bist einfach in Schuld bei Mr. Krabs! Hä? Oh mein Gott! Das ist ja richtig schlecht! Das ist ja echt richtig schlecht! Okay, ja, dann hast du diesmal Pech gehabt, ne? Mal gucken, was jetzt in meinem Lucky Block sich befindet! Boah, ich bin so gespannt, ne? Ich hoffe, auch Pech! Oh! Was? Hä? Eine Waffelkiste? Einfach Waffeln! Warte mal ganz kurz! Mal gucken, was ich da so drin habe! Mhm, mhm, mhm! Okay, äh, oha! Guck dir mal, die Waffe an ich bekommen hab! Die sieht ja richtig cool aus! Die ist voll groß und lang! Ja, aber ich weiß jetzt nicht, was die so tolles kann! Keine Ahnung, mal gucken! Kannst du das schießen! Ja, auf jeden Fall mit das schießen! Naja, gut, keine Ahnung, dann mach du mal deinen Lucky Block auf! Okay! Bist du ready? Ich bin ready! Dann geht es los in 3, 2, 1 und... Oh, was? Wie geht das denn, Alter? Wie cool ist das denn? Gott, hä? Und kannst du jetzt darauf springen? Das kann nicht schwöre springen, ne? Ich glaube, das ist ne, irgendwie nicht! Also das ist ein doofes Trampolin, was du bekommen hast! Oh Mensch, ich hab zwei doofe Sachen bekommen! Oh, oh! Hä? Oh, was ist denn? Oh, was passiert? Alter, okay, das Trampolin ist auf jeden Fall ein lustiges Teil, ne? Pass auf, ich mach jetzt mein Lucky Block auf! Ich bin jetzt gespannt, Alter, was das in dem drin sein wird! Äh... Oh! Was ist das denn für ein kleines Ding? Hä? Das ist so ein E-Roller oder Scooter oder so... Das ist dieses, äh, voll so ein cooles Auto, glaub ich, oder? Okay, Vollgas! Let's go! Äh... Ey! Ich geb doch Vollgas schon! Nein! Jetzt träum ich nicht! Ich geb Gas! Das ist das, das ist das lahmste Fahrzeug, das geht davon! Oh! Oh, was ist das denn? Digga! Und du kriegst so ne RC-Car und ich krieg das! Was? Was soll das sein, Alter? Das ist doch... Ich fahr... Oh! Oh! Okay, ich fahr damit nicht, es tut mir leid! Ja, Mann, das ist... Tut mir leid, tut mir leid! Ich fahr jetzt damit, äh, nach Hause! Ich fahr damit jetzt zu KFC, wir sehen uns in 10 Jahren! Oh! Komm, lieber, wir machen mal den nächsten Lucky Block auf! Ja, okay, okay, komm! Du lässt übermorgen jetzt zu Hause! Ja, okay, wir machen deinen nächsten Lucky Block auf! Ich bin jetzt gespannt, was da drin sein wird! Ich hab jetzt jetzt so eine positive Sache bekommen, ne? Ja, ist echt! Ist echt so! Okay, mach mal auf jetzt hier! Ich mach das jetzt auf! Oh! Bro! Ja! Okay, nimm mal die Chili in die Hand! Nimm mal die Chili in die Hand! Ja, ich geh hin und nimm die! Ja, nimm die mal in die Hand! So! Ich hab mir jetzt hier ein Stück abgebrochen! Lol! Was? Hä? Du hast einfach... Riech wie scharf die ist! Ich seh es, die brennt vorne! Weg damit, Alter! Ey! Was soll ich damit jetzt machen? Ich... Äh... Ich glaube doch! Alles, was in den Lucky Block sich befindet, sollen wir halt machen! Oh nein! Ich... Okay! Ich trau mich nicht! Dann, äh, du kannst jetzt essen, ne? Also, äh, guten Hunger auf jeden Fall! Ey, ich beiß jetzt rein, ja? Okay, beiß rein, ja? Boah, ist die scharf! Und? Schmeckt die gut? Schmeckt die gut? Oh, ist die scharf! Oh mein Gott! Wie scharf ist die, bitteschön! Oh mein Gott! Was kann ich machen? Bitte, bitte, bitte! Schnell, Alter! Die ist da so scharf! Du warst bei mir kurz in den Flammen! Ich klebe mich auf den Boden! Ich klebe mich auf den Boden! Was? Bitte, 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 bitte! Ey! Alles gut bei dir? Das ist richtig scharf! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du hast grad Feuer gepupst! Alter, das geht ab bei dir! Alter Schritte, was war das denn? Okay, also ich glaube... Bro, das war richtig scharf! Ja, die sah auf jeden Fall... Jetzt habe ich ein bisschen Angst, mein Lucky Block zu helfen, muss ich sagen! Ich hab nur Negatives! Ey, du hast halt echt nur Negatives, ne? Mann, ich mag dieses blöde Auto nicht! Ich schließ das jetzt mit meiner Waffe ab, Alter! Ich mag das nicht! Das? Das Auto? Bro! Wow! Du hast... Da kommt Öl raus! Da kommt Öl raus, ne? Hä? Alter! Alter, hast du ne Waffe! Hä? Machst du was mit der Waffe? Ich mach's mit der Waffe, ja! Bro, das Auto fliegt! Oh mein Gott! Hä? Ich hab... Also keine Ahnung, was das für eine Waffe ist! Es sieht auf jeden Fall echt richtig crazy aus! Ähm... Okay... So! Weg mit dem blöden Auto! Äh... Okay, dann... Ich mach jetzt auf jeden Fall meinen Lucky Block auf, während mein Auto hinter dem und weiter weggezielt, ne? Ich bin mal gespannt, dass du da kommst! Und... 3, 2, 1... Oh! Oh mein Gott! Bro, ich lauf weg! Äh... Hä? Bro, einfach ein Bär! Der hoffst du, der ist freundlich, Bro? Einfach dein Bär! Ey! Oh mein Gott, der ist nicht freundlich! Bro! Lauf weg und es verfolgt ein Bär! Bro! Es ist deiner! Ey! Willi Ack in den Teleporter soll auf Scheiß ausrutschen, keine Ahnung! Bro, es ist deiner, ne? Ich mach nichts, ich lauf weg! Nur weil ich den gespawn habe, weiß es nicht, dass es meiner ist! Das ist deiner! Ich... Ah! Hilfe! Der Bär verfolgt mich! Was machst du? Lauf weg! Ich lauf das schon weg! Hast du ne Idee, was du machst mit dem? Ja, ich hab ne Idee! Was denn? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich hab dich auch mitgenommen! Aua! Du hast den... Alter! Ey, das kann nicht sein, Bro! Der ist fast in den Teleporter rein! Hilfe! Das kann nicht sein! Er soll Mr. Krabs essen oder so, ich weiß auch nicht! Fahr ihn um! Fahr ihn um jetzt! Worauf wartest du? Ja! Und lass das Auto drauf! Lass das Auto drauf! Versteht er? Auf alle neune! Ich hab ihn! Du hast ausgenockt! Der ist ausgenockt! Alter! Was? Bro! Okay! Hä? Also alles, was du negatives bekommst, bin ich auch mit dabei irgendwie! Irgendwie schon! Also wir sind beide im selben Boot! Okay! Ich sag, ich mach uns jetzt reich, okay? Ja mach uns reich! Du musst einfach nur dran glauben! Ey, wenn nicht hier Sachen kommen können, egal was, dann kann ich einfach auch reich werden! Ja, okay! Musst nur dran glauben! Dann ist jetzt alles weg! Ja! Boah, was? Hä? Ist das nicht von Mario Kart? Hey, warum hast du denn ein eigenes Mario Kart? Hä? Aber ich hab noch ein Auto! Kann ich damit fahren? Äh, ein Stro! Nein! Sag mir nicht! Nein! Ich kann damit fahren! Oh mein Gott! Warum kriegst du so coole Sachen und ich nicht? Ich hab nen Bär bekommen! Haha, wie das aussieht! Bro, wie cool ist das denn? Hä? Ich will auch sowas haben, Alter! Guck mal, warte, kann ich auch in den einsteigen? Hä? Ne, der ist nur auf dich zugelassen irgendwie! Kann ich einsteigen? Das ist meiner! Na gut! Hä, ist davon unfair! Ich will auch so einen! Okay, warte, pass auf! Dann bekommst du ja auch einen! Ja, okay! Dann, äh, vielleicht krieg ich ja Luigis Auto! Und, äh, öffnen! Oh! Hä? Was ist denn das? Bro, was ist das denn, Alter? Ein goldener Affe? Ein goldener Affe? Aber, warte, kann ich das Ding... Wie kommst du denn da ran? Es ist abgeschlossen, steht da! Ich kann das nicht aufmachen! Hä? Komisch! Also ich brauch dafür irgendwie... Du hast doch einen Schlüssel gekauft, fällt mir grad ein! Ich hab den Schlüssel gekauft, aber... Ähm... Hä? Meinst du, der passt da rein? Warte, gib mir mal ganz kurz hier den Schlüssel! Gib mir mal ganz kurz mal! Hier! Okay, ne? Okay, danke! Äh, ich werd mal kurz gucken... Aber... Aufmachen... Kriegst du den weg? Ja, ich guck's grad! Ich mach jetzt hier... Ganz schön schwer den rein zu machen, den Schlüssel, muss ich sagen! Ah, jetzt! Ja! Und zur Seite werfen den Käfig! Das hat echt funktioniert! Guck mal! Jetzt hab ich hier so einen kleinen Babyaffen! Also wenn es echt Gold ist, ist es eine Menge, Menge wert! Warte, ich sag mir den mal ganz kurz ein! Also jetzt haben wir schon mal in unserem Reservat einen goldenen Babyaffen! Du hast ne Chili, aber du hast das schon gegessen! Wir haben ihn! Ich hab dir mal Schlüssel gegeben! Ja! Ja! Ja, okay, gut! Ja! Wir haben den goldenen Affen! Okay! Vielleicht kann ich ja... Warte mal! Der ist Gold, ne? Denkst du es ist nicht Gold? Ja, Bro! Wenn ja, dann bist du reich! Sind wir reich! Okay! Ja, gut! Keine Ahnung! Wir gucken mal später, ob ich dann mit dem auch was machen kann! Dann... Baller mal wieder hier auf deine Lucky... Deine Lucky... Bitte! Wir haben nur drei Stück auf jeder Seite, ne? Alter! Sag du so wie es ist! Ja! Ich brauch kein Auto mehr! Bitte! Hä? Hä? Eine dreckige... Eine dreckige Toilette? Warte, was? Mit Putzzeug? Bro, warte! Ich mach mein auf! Ich mach mein auf! Aha! Ich hab ne saubere Toilette! Hä? Nein! Nee! Warte mal! Was hast du denn für eine? Bro, jetzt sag mir nicht! Da ist ein Fuß drin! Bro, da hat jemand auf die Klobrille gekackt! Bro, warum ist da Putzmittel? Ja, weil du jetzt das schön sauber machen kannst, ne? Du kannst die Toilette schön sauber machen, wie meine denn danach aussieht! Nein, nein, nein! Echt? Doch, 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 doch! Mein Gott! Was bekomm ich denn? Ja, ist sowas von eklig! Ja, dann, ne? Nase zu und durch! Ja, ja, dann machen wir mal sauber hier das Ding! Bro! Oh, nicht ohnmächtig werden! Oh, oh, oh! Tut mir leid! Das war grad wirklich zu viel! Bro, Pitzel! Ja, schön sauber machen, ne? Ich sag dir so bis jetzt, ich hab das oben fast schon sauber... Bro, ich hab dir mal Schlüsse gegeben! Wenn du möchtest, kannst du mir doch helfen, oder? Ja, weißt du was? Ich bin mal nett, okay? So, ich werd mal hier so ein bisschen, äh, dran, äh, was regeln! Boah, ist das eklig! Mach mal die Kattos da weg! Ist das super eklig da! Das geht auch fast gar nicht sauber, so wie die aussieht! Okay, weißt du was? So, komm, lass gut sein! Wir machen nichts! Nutz einfach meine, okay? Wir haben hier meine, die sieht auch gut aus, ne? Wir haben ja auch doppelt Klopapier und sowas! Ist das eklig! Soll ich jetzt meine mal zuerst aufmachen? Mach deinen als erstes auf! Okay, ich mach jetzt meine zuerst auf! Drei, zwei, eins! No! No! Hä? Eine Giraffe? Warum ist sie so klein? Sag jetzt bitte, dass die jetzt freundlich ist, ne? Stimmt, ey, ich nimm meine Waffe raus und wenn die uns jetzt wieder anläuft... Aber die macht nichts, hä? Was war das im Haustier? Die scheint freundlich zu sein, oder so, ne? Hä? Irgendwo läuft die jetzt hin? Die geht weg! Aber was willst du mit der auch anfangen? Ich, ich weiß nicht, also... Meinst du? Ich muss jetzt nichts machen! Also die scheint aber freundlich zu sein, ne? Guck wie die auch mit ihrem Kopf so wackelt, ne? Die ist, ne? So wackelst du auch mal, wenn du gehst! Ja, hast du schon recht! Das ist schon, äh... Na gut! Also, naja... Bringt mir jetzt nicht so viel, muss ich sagen, leider! Ey, du hast nur noch einen Lucky Block, ne? Stimmt! Ja, ja, stimmt! Ich hab noch einen! Ich hab jetzt auch noch einen! Ja, ja, dann, äh... Ich hoffe... Worauf wartest du, ne? Mach doch mal deinen Lucky Block auf! Bitte! Ich hab nur eine positive Sache bekommen! Drei, zwei, eins und... Äh! Hä? Eine Frau? Hey, was ist das denn, Alter? Da geh ich jetzt mal hin! Da will ich mal wissen, was du möchtest! Okay! Hallo, ich bin die Elisabeth und du hast, äh, eine Villa gewonnen im Wert von 5 Millionen Euro! Was? Hä? Bro! Was? Bro, ich krieg eine Giraffe, die schon ins Seelensatz jetzt gelaufen ist! Und du kriegst eine Villa für 5 Millionen! Guck, die gibt mir hier grad den Schlüssel! Was? Vielen, vielen Dank! Hä? Und, äh, hat sie dir auch irgendwie gesagt, wo die sein soll? Die meinte, das ist oben in der reichen Gegend in Los Santos unten! Warte, hast du auf der Karte einen Wegpunkt? Ich, ich, ich hab grad einen Wegpunkt per Navi bekommen, ja! Ja! Dann, ich würd' sagen... Mach mal hin! Mit dem Taco-Auto! Ich komm mit dem Taco-Auto hin! Wo ist das überhaupt hin, der Wagen? Ähm, ich glaub, die Greifer hat das Auto geklaut! Die Greifer hat das Auto geklaut! Die Greifer hat das Auto geklaut! Mit dem Monster Truck! Ja, okay, wir nehmen den, äh... Komm rein! Und du musst mir, glaub ich, die Schlüssel mal geben! Gib mal die Schlüssel zu dem Mario Kart Auto! Oh, 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 ja! Hier! Wir sehen uns klar, ja! Okay, dann, äh, ich schnappe kurz das Mario Kart Auto! Dann sehen wir uns auf jeden Fall jetzt gleich bei deiner Villa! Was? Die soll das sein, oder was? 7709! Das ist genau die, die sie meinte! Nein! Guck dir die iPad an! Was? Das ist nicht normal, wie groß! Die kostet 5 Millionen Dollar! Bro, das ist ne 5 Millionen Dollar Villa! Ey! Und ich krieg ne Giraffe, richtig? Warte mal, ich guck, ob der Schlüssel passt! Ja! So, ich steck ihn rein! Und, oh mein Gott, er passt! Er passt! Die Tür ist auf jetzt, ne? Alter! Was? Oh mein Gott! Was? Wie viel Glück kann man schon haben? Ey! Bitte mit Pool! Bitte, 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 bitte! Oh mein Gott! Du hast ne Brücke auf dem Pool! Was? Auf meinem Pool! Ähm! Da hat sich das Lucky Block da seine ausgezahlt! Und du hast noch einen Lucky Block, ne? Das ist ja das Ding! Ich hab auch nur noch einen! Aber ich hab keine Villa! Ich hab... Oh, das ist das Blaue hier dann! Äh... Was ist denn das? Nicht dein Ernst! Du hast nen eigenen McDonalds! Nen eigenen McDonalds! Und du hast goldene Klopapier wollen! Bro, nein! Also... Okay, weißt du was? Komm, lass schnell zurückgehen zu den Lucky Block, weil jetzt bin ich grad richtig gespannt, was ich in meinem letzten Lucky Block drin haben kann! So, ich steig mal wieder hier auf mein Mario Kart Ding auf, ne? Ey! Du musst mir nochmal die Schlüssel geben! Ich kann wieder nicht raus! Oh! Warte, 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 warte! Ich hab die verloren! Ich hab die verloren! Ja, bitteschön! Danke! So, wir sehen uns da, ja? Ja, ja, bis gleich! Ja, dein, äh, kleines Baby-Auto ist halt nicht so schnell wie meins, ne? Ich bin schon lange hier und warte auf dich! Das ist auch meins! Ja, okay, okay, hast recht! So! Also, oh mein Gott, das Ding ist... Du hast jetzt noch einen! Du hast einfach eine Villa bekommen, ne? Und ich hab noch einen! Wer, wer soll zuerst öffnen? Ich würde sagen... Ich will deins sehen! Ja, okay, okay! Ich will deins sehen! Ich bin gespannt! Ich warte jetzt hier meinen Lucky Block auf und... Let's go! Was? Preis? Eine Million Dollar? Million Dollar? Nein! Für einen Lambo? Hä, das ist doch... Guck mal, wie der aussieht! Ich hab auch gar keine Million, das ist auch viel zu teuer! Ja, du hast richtig gesehen! Eine Million Dollar kostet der Lambo, aber er hat ne spezielle Fähigkeit! Kauf ihn und du weißt, welcher es ist! Haha! Ja, aber... Was? Möken, eine Million Dollar hab ich doch gar nicht! Was soll... Was soll... Was soll ein Auto für eine spezielle Fähigkeit haben? Und wie soll ich überhaupt eine Million Dollar? Ja? Warte doch, den Affen! Stimmt! Den goldenen! Okay, warte, warte! Ich hab ihn ja vorne hingestellt! Der steht da noch! Wie möchtest du den loswerden? Wir können zu Bernie gehen! Ich hab von dem damals schon mal so ein paar Sachen abgekauft für eine Million Dollar! Vielleicht können wir das ja... ...den verkaufen für eine Million, wenn wir das halt so gut machen! Okay, ich hab den Affen jetzt! So, warte! Ich hab ihn! Dann ab geht's zu Bernie! Ey, ohne Spaß! Pass auf, warte! Ich bin gespannt, ne? Komm doch ganz kurz her! Ich glaube, ich muss den Affen irgendwie heftiger aussehen lassen, als der eigentlich ist! Wie willst du das machen? Mhhh... Was soll, wir stellen jetzt einfach mal direkt vor seinen Tisch! Knallen einfach hin und sag so knallhart... Okay, dass es halt der krasse Affe sein wird, ne? Das ist so ein... Sag... Und sag direkt eine Million! Genau, genau! In einem Satz! Tja, Bernie! Da bin ich wieder, ne? Und ich hab jetzt was krasses für dich! Ich hab ja schon mal ein paar Sachen bei dir gekauft für eine Million Dollar! Und jetzt hab ich was gefunden, was 10 Millionen Dollar wert ist, aber ich verkaufe es dir für einen Dollar! Ah, so! Und zwar ist es hier der goldene Affe! Oh! Ja, okay! Einen Millionen Dollar ist schon ganz schön doll! Aber ich würd sagen, wenn die Zuschauer jetzt abonnieren, dann mach ich hier ein Millionen Dollar raus, okay? Mökel, was sagst du? Machen wir das? Ja, ne? Bro! Also, wenn die Leute wirklich abonnieren und eine Million... Na klar! Okay, okay! Dann würd ich sagen... Ja! Verkauf! Verkauf! Sehr gut! Sehr gut! Ey, jetzt... Oh, ich hab jetzt eine Million Dollar grad bekommen und... Let's go! Da steht jetzt ein Affe! Ey, der ist voll reich, glaub ich, ne? Okay, dann lass wieder zurückgehen und dann... Aua! Hol ich mir... Obwohl, lass erstmal vorher deinen Lucky Block erstmal aufmachen, ne? Oh, stimmt! Ich hab... Ey! Ich bin so gehypt, was da drin ist, ne? Ey, das muss, glaub ich, richtig, richtig crazy aussehen! Bist du bereit? Bist du bereit, den aufzumachen? Ich bin... Ich bin sowas von bereit! Okay, dann... Drei... Zwei... Eins... Oh... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist das denn? Und warum kriegst du das gratis? Warum muss ich... Hä? Bro! Es fliegt! Es stimmt! Siehst du das? Es ist in der Luft, ich seh's, ja? Hä? Steig mal ein! Kannst du einsteigen? Und es hat auch so... Ey, was ist das denn so hinten? Was ist das? Bro! Hä? Oh mein Gott! Was ist das denn? Oh mein Gott! Was ist das denn? Wow! Ich bin... Oh mein Gott! Ich bin grad gegen die Frau geflogen! Was? Hä? Du hast hinten, glaub ich, hast du Booster, glaub ich, dran gehabt oder so, ne? Wie, Booster? Wow! Hey! Ich bin weg! Warum kriegst du sowas für gratis? Einfach lau! Ich komm wieder! Oh mein Gott! Was? Ey! Ich bin einfach aus der Zukunft! Ey, das sieht echt richtig crazy aus, ne? Okay, warte mal! Dann, äh... Ich würd sagen... Okay, gehen wir mal zu Bennys hin, ne? Hier zu Benni! Und dann geb ich ihm jetzt mal hier die 1 Million Dollar! Oh! Ich hätte nicht gedacht, dass du 1 Million Dollar zusammenkratzt! Aber... Ich würd sagen, verkauf! Verkauf! Dann! Dein Wagen hier! Hier ist der Schlüssel! Ja, okay Bennys! Geh ruhig nach Hause, ja? Haha! Hab Angst vor meiner Waffe! Hm? So, lauf bloß weg! Na gut, äh, ich bin jetzt mal gespannt! Ich steig jetzt hier mal ein! Hast du schon mal ein Auto für 1 Million Euro gesehen? Ich fahr mit... Darf ich mitfahren? Ja, klar, kannst du mitfahren! Der ist schnell! Der ist schnell! Ja, aber jetzt auch nicht... Oh Gott, 300 kmh ist schon stabil, aber... Was meint der denn mit Special? Also, Hupe ist normal... Guck mal das mal von hinten an! Den Pust hat der auch nicht irgendwie... Was soll das denn für blödes Auto sein, weil ich drücke alle Knöpfe! Oh! Jo! Fliegen wir? Wir fliegen! Alter! Oh mein Gott! Hä? Was geht... Warte mal! Steig du mal in dein Ding ein! Nein! Ich dachte, jetzt fährst du das an! Ey, nein, nein, nein! Hä? Ich kann einfach fliegen auf das Weinknopf da! Wir können aber wegfliegen! Alter! Okay, das ist auf jeden Fall... Das ist mega, mega heftig! Was geht ab? Wo bist du hin? Ich seh dich nicht! Hier hinter dir! Wo hinter mir? Hier rum! Pass auf, ich hab auch noch hier so... Oh! Warte, wenn ich das Ding hier öffne und so mache und so... Dann kann ich einfach... Oh! Boah! Wolltest du mich grad abschießen? Wow! Hallo, warum willst du mich abschießen? Wow! Du hast es gerade bekommen, du hast es nicht verdient! Bro! Ey! Hier, nimm das! Ich weich da einfach raus, ich bin kleiner und schneller als du! Ja, okay, du bist echt kleiner und schneller! Aber ich muss sagen, wir haben jetzt einfach alle Lucky-Blöcke aufgemacht! Wie cool ist das denn, Alter? Ich bin hier unten als der krasse Rainbow-Friend, Leute! Wir sind richtig am Sprinten mit dem, ne? Und der Timer geht grad schon runter! Und wir haben anscheinend jetzt grad die richtig richtig krasse Renngeschwindigkeit, Leute! Johohoho! Wie schnell kann ich bitte schon rennen? Und ist das nicht mehr lange, bevor wir uns an einen neuen Rainbow-Friend verwandeln, Leute? Ich bin echt gespannt, welcher es sein wird! Wird es orange? Wird es green? Wird es red? Ich bin echt sehr, sehr gespannt, Leute! Oh, ich bin so schnell am Rennen hier, Leute! Jaaaa! Vielleicht schaffen wir es sogar schon da vorne hin, bis zu dem, ähm, Musik- oder diesem Film-Studio da, ne? So aus dem Weg hier! Ich hab's eilig! Hahaha! Ey, Leute! Der ist einfach richtig richtig heftig unterwegs! Und ich frag mich auch gerade, was da noch so für Fähigkeiten bekommen werden, weil richtig schnell rennen ist natürlich richtig richtig praktisch, Leute! Wenn wir die komplette Karte überqueren müssen! Äh, lauf so schnell wie du kannst, Rainbow-Friend! Hahaha! Oh nein, Leute! Wir werden uns gleich verwandeln! Nicht mehr lange! Nur noch fünf Sekunden! Vier! Oh nein! Oh nein! Wir werden uns verwandeln, Leute! Nein! Ohhhh! Was? Okay, ich bin jetzt einfach orange, Leute! Ich seh ja richtig richtig cool aus! Und was ist jetzt hier meine Superkraft mit dem? Wow! Leute, wir können mit dem richtig weit springen! Das ist natürlich extrem praktisch jetzt gerade! Komm schon! Jawohl! Ey, mit dem können wir jetzt richtig hoch springen, Leute! Um jetzt die ganze Karte besser zu überqueren! Ahhhh! Ja! Hahaha! Ey, Leute! Oh, der ist ja richtig nicht cool unterwegs! Lol! Da ist einfach ein Gucci-Store! Oh! Ich hab leider keine Zeit, um jetzt da zu shoppen! Aber nicht so schlimm, Leute! Ohhhh! Richtig krasser Supersprung jetzt hier! Komm schon! Kann ich hier rüberspringen, Leute! Das ist auf jeden Fall gerade mega, mega wichtig! Jawohl! Okay! Alter! Wir haben nicht mal viel Zeit, Leute! Dann werden wir uns schon wieder verwandeln in einen nächsten Rainbow-Friend! Ich bin echt gespannt! Ohhhh! Wer das Ganze denn sein wird! Oh Gott! Ey, jetzt hier schon eine schöne Rolle gemacht, Leute! Mua! Ohhhh! Okay, Rainbow-Friend, komm schon! Ohhhh! Du musst dich auf jeden Fall beeilen! Gib Gummi! Ohhhh! Wie wir über die ganzen Häuser rüberfliegen! Oh nein! Ohhhh! Aua! Ich wurde leider gerade... Ahhhh! Das hat natürlich Zeit gekostet, Leute! Das hat gerade echt mega Zeit gekostet! Und zack! Ohhhh! Wow! Und jawohl, Leute! Nein! Das sind nur 5 Sekunden! Oh mein Gott! Vier! Nein! Wir wollen uns das verwandeln, Leute! Ohhhh! Wir verwandeln uns! Wow! Oh Gott! Hey! Was? Jetzt bin ich der rote Rainbow-Friend, Leute! Aber ich kann eben... Warte! Ich springe jetzt! Nichts passiert! Ich renne total langsam! Ich kann nicht irgendwie krass was hauen! Hey! Was ist denn bitte schon meine Fähigkeit? Ich habe die bis jetzt immer noch nicht herausgefunden, Leute! Ich meine... Der ist bis jetzt mega, mega nutzlos! Also irgendeine Fähigkeit muss der ja haben! So! Mal gucken! Vielleicht kann ich ja irgendwie schnell so schwimmen, Leute! Dann würde ich auf jeden Fall jetzt schnell durch das Ding durchschwimmen! Mal gucken, Leute! Und... Doch! Ja, guck mal! Er ist total der Flitzer, Leute! Wir können richtig schnell schwimmen! Das heißt, wir haben jetzt schon mal hier richtig gut den See übersprungen! Und dann hier seine Power! Sehr, sehr gut genutzt! Das Problem ist jetzt gerade... Wir kommen zu Orten, wo noch nicht viel Wasser gerade ist, Leute! Wo wir es nicht perfekt aussützen können! Deswegen gib jetzt hier Gummi Rainbow-Friend! Und nein! Wir müssen jetzt hier noch so eine Treppe hochgehen, Leute! Ohhhh! Das kostet natürlich jetzt mega, mega viel Zeit! Komm schon! Gib Gas jetzt hier! Wir haben nicht ewig Zeit! Leute! Nur noch 10 Sekunden! Oh Gott! Die wollen sich hier echt beeilen! Nein! Kann ich wenigstens noch die Treppe hochkommen, bevor ich mich verwandle? Das wäre nämlich gerade echt mega, mega cool! So, komm schon! Beeilung runter Rainbow-Friend! Nein! 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 Wow! Okay! Was bin ich denn jetzt für einer? Kann ich hoch springen? Auch nicht, Leute! Kann ich irgendwie krass schlagen oder so? Auch nicht! Was habe ich denn hier mit dem für eine Fähigkeit? Warte! Ich glaube, ich kann mal springen! Wow! Leute! Ich kann mit dem sogar fliegen! Wow! Oh Gott! Was? Das ist ja mega krass! Das heißt, ich kann jetzt hier richtig weit springen mit dem Ding und kann jetzt hier schön... Wow! Jawohl, Leute! Oh! Das war jetzt aber... Aua! Nicht so weit! Ey! Das ist einfach der grüne Regenbogen-Friend! Komm schon! Gib jetzt Gummi hier über den Berg zu kommen! Ja! Nein! Ey! Wir fliegen nicht besonders hoch, Leute! Muss ich sagen, ne? Vielleicht brauche ich ein bisschen mehr Power mit den anderen Jungs hier! Aus dem Weg jetzt! Ich werde zum krassesten Regenbogen-Freund gleich! Warte mal ab jetzt hier! Wow! Wow! Jo, jo, jo! Jo, fliege ich! Jo, fliege! Muss ich jetzt? Oh! Ich kann es kontrollieren! Ich kann es kontrollieren, Leute! Und jetzt hier ganz kurz! Wow! Oh nein, Leute! Das kann doch nicht sein! Oh! Jetzt hier schnell wieder rüber springen! Jawohl, Leute! Oh! Hey! Ich muss echt sagen, ich bin im Fliegen noch nicht so wirklich gut, was es angeht, ne? So, komm grüner Reymou-Friend! Oh ja! Ja, 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 ja! Okay! Okay! Kann ich gleich nochmal fliegen? Oh! Jo! Er fliegt nochmal, Leute! Das ist natürlich jetzt gerade ganz, ganz wichtig! Und... Und... Oh nein! Oh! Wir sind aber sehr, sehr weit gerade gekommen! Oh! Hahaha! Nein! Wir haben nur noch 5 Sekunden Zeit, Leute! Nein! Das war gerade zu gut mit dem so weit weg zu fliegen! Nein! Oh oh! Die Zeit! Oh! Was bin ich denn jetzt hier für ein Ding, Leute? Hey! Ich bin ja übertrieben hässlich! Ich bin der gelbe Reymou-Friend! Und was ist jetzt meine Fähigkeit? Kann ich springen? Nee! Kann ich nicht! Kann ich... Hä? Was ist denn jetzt los? Hä? Warte! Kann ich irgendwie hauen oder sowas? Auch nicht, ne? Hä? Leute! Ich bin anscheinend so hässlich, dass alle von mir weggehen! Nein! Ich brauche ein Auto! Gib mir... Oh nein, Freunde! Oh! Jetzt muss ich einen Hütter als der spielen! Das kann doch nicht sein! Totale Zeitverschwendung jetzt! Ey! Guck mal, wie die ganzen Autos hier weggepusht werden! Was ist das denn für eine doofe Fähigkeit? Haut ab jetzt hier! Hahaha! Ey! Ich bin so hässlich, dass ich alle wegschiebe von mir, ne? Ich sehe auch einfach aus wie so ein kleines Küken, was einfach... keine Ahnung! Irgendwo in so einen radioaktiven Müll reingefallen ist! Kann ich auch die Tiere wegpushen? Ich pushe auch das kleine Häschen weg, Leute! Ey! Mann! Das hört nicht auf, Freunde! Ich kann einfach... Mann! Das kann nicht sein, dass ich die einfach hier mal wegpusche, ne? Ey! Das ist total unfair, Leute! Oh Gott! Ich mache sogar die Zäune kaputt! Achte mal auf die Zäune! Guck mal hier! Die fliegen weg! Hä? Was geht denn ab? Noll! Oh Gott! Nein! Oh! Die Zeit, Leute! Ich habe die Zeit voll vergessen! Wir haben nur noch 15 Sekunden! Oh! Ist hier nicht irgendwas, wo ich einsteigen kann oder so? Und das Ding ist, ich pushe halt alles weg, Leute, ne? Verdammt! Oh! Hier steht ein Flugzeug! Okay! Ich gehe jetzt am besten nicht in die Nähe von dem Flugzeug, sondern warte einfach kurz ab! Oh! Leute! Bis ich mich verwandele! Nicht mehr lange! Nicht mehr lange! Wow! Oh! Ey! Was ist denn das für ein blödes Ding, Leute? Ich bin einfach jetzt hier gerade der Vent! Oh Gott! Kann ich jetzt hier wenigstens ins Flugzeug reingehen? Ja, kann ich, Leute! Okay, sehr gut! Dann nutze ich jetzt auf jeden Fall die Minute mit dem kleinen Racker jetzt hier über den See rüber zu fliegen! Komm schon! Ich sehe mich hier nicht mehr sitzen, Leute! Das ist ja übertrieben verrückt! Oh! Oh! Nein! Hey! Was ist das denn jetzt? Okay, ich bin nochmal zurückgefahren! Ich glaube, ich brauche nochmal ein bisschen mehr Anschwung mit dem kleinen Teil hier! Weil das ist nicht besonders schnell! Aus dem Weg jetzt hier! Ich muss drüber fliegen! Oh! 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 Oh Gott! Oh Gott! Was ist das für ein Flugzeug, Leute? Das Flugzeug ist gar nicht gut! Oh! Oh! Okay! Jetzt fliegen wir hier mit dem Teil ordentlich zum Mount Chilliard! Oh! Ganz, ganz vorsichtig jetzt hier mit dem Ding, Leute! Oh! Die Hälfte der Zeit ist schon fast über, Leute! Das kann doch nicht sein! Es ist aber schon so viel Zeit vergangen! Ich muss jetzt am besten so weit fliegen, wie es nur geht! Hey! Hey! Was ist mit dem Flugzeug los? Ah! Nein! Ey! Wir haben schnell raus! Schnell raus! Wir haben den Flügel verloren, Leute! Äh! Oh! Nein! Das kann doch nicht sein! Was mache ich denn jetzt am besten? Oh! Jetzt kann man es nicht mehr fliegen, weil wir einen Flügel verloren haben! Oh Gott, Freunde! Das ist jetzt gerade gar nicht gut, ne? Oh! Kann er denn irgendwas hier... Ich kann mit dem Ding irgendwie gar nichts machen! Ich kann mit dem Ding anscheinend nur fliegen! Jetzt bin ich hier mitten auf dem Berg, Leute! Nein! Oh! Nur noch fünf Sekunden! Dann verwandeln wir uns, Leute! Sehr, sehr gut! Und... Drei! Oh! Ja! Wow! Was? Ich bin jetzt einfach der blaue Rainbow-Friend! Aber, Alter! Ich bin viel stärker! Ich habe einmal die Fähigkeit von Orange jetzt gerade bekommen! Mit dem Sprung, Freunde! Was auf jeden Fall echt mega, mega gut ist! Kann ich jetzt vielleicht auch im Wasser schneller schwimmen? Oh Gott! Ich muss hier auf jeden Fall auch bei dem Berg vorbei! Ich gehe, glaube ich, jetzt hier mal rechts vorbei, Leute! Wow! Und jetzt kann ich sogar fliegen! Wie krass ist das denn, Freunde? Oh! Oh nein, ey! Das Ding ist auf jeden Fall echt zu krass unterwegs! Und... Sprung wieder! Ganz, ganz wichtig! Alter! Ich gehe mit dem Autobahn schon in so einen Flug rein! Oh Mann, Leute! Ich komme einfach die Berge nicht hoch! Ich glaube... Oh! Da ist die Militär-Basis! Das Ding ist, ich weiß noch nicht, was wir gleich für eine Person haben! Deswegen erstmal kurz hinfliegen! Oh! Oh! Nein! Gar nicht! Oh! Ich rutsche hier runter! Nein! Ich rutsche hier runter, Leute! Hahaha! Okay, warte! Oh! Oh! Das ist gar nicht gut, Leute! Das ist gerade echt gar nicht gut! Oh! Oh! Ich habe gefühlt auch keinen Ragdoll! Deswegen kann ich gar nicht hinfallen! Und wieder rein in den Modus! Oh! Okay! Ich bin jetzt hier fast bei der Militär-Basis! Zack! Und... Nein! Wir haben noch... Oh Gott! Fallschirm! Wir haben nur noch 10 Sekunden, Leute! Das bedeutet, wir müssen uns auf jeden Fall jetzt hier beeilen! Und springen am besten wieder... Oh nein! Die schießen auf mich! Gar nicht gut, Leute! Das ist gar nicht gut! Ich denke, ich bin hier irgendwie so ein Hulk-Monster! Zwei! Eins! Nein! Oh! Was? Ich bin einfach orange, Leute! Mit krassen Muskeln! Und habe ich noch irgendwelche Sachen jetzt hier? Kann ich noch irgendwas krasses machen? Ich weiß gerade gar nicht, Leute! Der scheint hier echt gerade mega, mega krass zu sein! Ich glaube, ich brauche hier vorne irgendwo so ein Helikopter oder so ein Jet, Leute! Damit wir auf jeden Fall zum anderen Ende hinfliegen können! Hier sind wir zu große Flugzeuge! Hier ist ein Jet! Und da ist ein Helikopter, Leute! Okay! Ich schnappe ja ganz kurz da vorne den Helikopter! Der ist nämlich nicht mehr weit weg! So! Damit wir ein bisschen weiter weg sind von den anderen Leuten, die uns gerade abgeschossen haben! Spring jetzt hier! Orange Friend! Oh nein, Leute! Wir haben nicht mehr viel Zeit! Dann werden wir schon wieder verwandelt! Ich will auf jeden Fall nicht in der Luft verwandelt werden! Das wäre gar nicht gut, ne? So! Jetzt ganz kurz hier mit dem Helikopter einsteigen! Oh! Richtig hier mit dem Ellbogen reingedonnert, Leute! Wir sind am Start! Wir sind am Start mit dem Teil! Okay! Ich hoffe, wir werden gleich nicht abgeschossen oder so aus der Luft! Ich gucke mal, ob hinter uns irgendwelche Jets sind! Aber wir scheinen gerade sicher zu sein! Ich fliege jetzt mal ganz kurz jetzt hier über diesen Berg rüber, Leute! Am besten werde ich jetzt mal ganz schnell auf den Berg fliegen, Leute! Oh, oh! Ey, das ist echt nicht gut, Leute! So! Noch ein kleines bisschen höher! Oh, oh! Die Zeit, Leute! Die Zeit! Kann ich jetzt am besten da vielleicht irgendwie landen, Leute? Oh nein! Wir haben keine Zeit mehr zu landen! Ich muss rausspringen, sonst wird der Helikopter explodieren! Oh! Was? Wir verwandeln uns! Oh! Gott! Was, Leute? Ich bin der rote Rainbow Friend in absoluter Mucki-Version! Oha! Warte, kann ich jetzt hier... Ja, ich kann auch mit dem wieder gut springen! Oh Gott! Warte mal! Wir müssen... Nein! Nicht runterrutschen! Wir müssen jetzt hier weiter rüber springen! Wir müssen nämlich hier vorne! Wo ist nochmal das? Da! Da, Leute! Da müssen wir hin! Und zack! Und jetzt flieg! Oh mein Gott! Der kann fliegen, Leute! Was geht ab? Yo! Das heißt, wir können theoretisch bis hin zur Insel fliegen! Das wäre gerade echt mega, mega gut, Leute! Wenn wir das schaffen, wäre das echt mega, mega gut! Und guck mal! Leute! Der ist ja richtig fett! Der sieht einfach aus wie Hulk, Alter! Das ist ja übertrieben cool! Ey! Das wäre ja so gut, wenn wir es ja gleich mit dem schaffen! Weil es ist, glaube ich, auch der letzte Rainbow Friend, den wir hätten sein können, ne? Ich glaube, die anderen sind gar nicht in der Muskelversion vorhanden! Wow! Und was geht da vorne ab, Leute? Das sieht aus wie das Euro-Land! Oh! Oh Gott! Ich bin im Wasser! Kann ich? Ich kann trotzdem auch schnell schwimmen, Leute! Auch noch eine gute Fähigkeit! Oh nein! Wir verwandeln uns gleich in 10 Sekunden, Leute! Schnell hier auf die Insel! Acht! Sieben! Oh! Oh! Und jetzt! Zack! Ja, Leute! Wir haben es geschafft! Wir sind die komplette Karte überquert, Leute! Oh mein Gott! Oh! Wo bin ich hier, Leute? Hä? Ich bin hier als... Warte mal! Wo bin ich jetzt hier gerade? Ich bin hier als Baby-Spongebob, oder was, Leute? Guck mal, wie klein ich bin! Hä? Und... Oh mein Gott! Was? Da liegt einfach Baby Patrick! Hä? Patrick! Aufwachen! Hallo! Guck mal, wie süß der ist, Leute! Wie klein! Hä? Hä? Wir sind hier zum Krankenhaus gerade aufgewacht und ich bin drei Jahre alt! Dreck! Da ist auch noch Baby Thaddeus, Leute! Was? Hallo, Baby Thaddeus! Guck mal! Der ist kurz auf... Guck mal, wie klein der ist, Leute! Der ist auch kleiner als wir! Haha! Okay! Ähm, ich würde sagen, unsere Mission ist es heute denn, 100 Jahre alt zu werden! Aber wie kommen wir jetzt hier aus diesem Krankenhaus raus, Leute? Hallo? Ist hier jemand? Leute, ich muss hier raus aus diesem blöden Krankenhaus! Das sieht total deprimierend hier aus, ne? Warte mal, kann ich hier vielleicht durchgehen? Hallo? Ne, hier sind so OP-Räume, glaube ich, ne? Ist hier denn keiner, oder was? Oh, wir können... Ah! Was ist denn hier? Oh, wir können jetzt hier durch den Gang runtergehen? Oder wir können auch hier außen, glaube ich, lang gehen? Ich glaube, ich gehe mal am besten nach unten, weil oben ist ja, glaube ich, kein Ausgang, Leute! Also, ich glaube, hier ist auf jeden Fall der richtige Weg dann! Wir müssen auf jeden Fall heute verschiedene Aufgaben lösen und allgemein Leuten helfen, um quasi älter zu werden! Also, wir müssen halt auch zur Schule gehen, werden unseren Führerschein machen und noch viele, viele andere Sachen, Leute! Deswegen bleibt auf jeden Fall dran, um das hier zu verpassen! Guck mal hier, wie klein ich bin, Leute! Okay, also als Baby-Spongebob brauche ich natürlich auch nochmal ein richtig cooles Burger-Mobil! Problem ist nur, ich bin jetzt gerade noch richtig, richtig klein und kann mir dieses Burger-Mobil noch gar nicht holen, Leute, weil ich noch gar keinen Führerschein habe, aber ich kann mir das Burger-Bobby-Car-Mobil holen, Leute! Hallo, ist hier nicht irgendwo mein Burger-Mobil? Ich könnte schwören, das war hier irgendwo, Leute! Mann, das muss wahrscheinlich irgendwer geklaut haben! Wahrscheinlich ist Patrick schon ausgebrochen und hat sich das einfach geschnappt, Leute! Manometer! Hier muss doch irgendwer sein, der mir helfen kann! Ich kann doch nicht einfach hier bei diesem Ocean-Krankenhaus gespawned sein, Leute! Geboren! Und dann ist hier einfach keiner, der mir helfen kann, Alter! Oh, Planton, hä? Was machst du denn hier? Ey, der ist ja einfach fast größer als wir jetzt, Leute! Ah, hallo, SpongeBob! Auf dich habe ich schon den ganzen Tag gewartet! Ehrlich? Hä? Wieso das denn, Planton? Ich weiß auch nicht, warum ich hier bin! Ich bin doch nur ein ganz, ganz kleiner, unschuldiger Schwamm! Ich schätze mal, du willst älter werden, richtig? Dann hör mir jetzt genau zu! Ich habe für dich 10 Euro, die du hier im Park finden kannst! Wenn du die eingesammelt hast, komm wieder zu mir! Okay, okay, na gut, Planton! Äh, Leute! Wahrscheinlich hat Planton das Ganze irgendwie inszeniert, dass ich hier geboren wurde in so einer fremden Welt, weil eigentlich gehöre ich ja zu Bikini Bottom! Stimmt! Aber ich schätze mal, wenn wir jetzt das Geld einsammeln, wird der uns auf jeden Fall helfen! Deswegen, wir machen einfach, was Planton jetzt sagt! So, hier haben wir schon mal 1 Euro, Leute! So! 1 Euro eingesammelt! Okay! Noch ein paar mehr! Schon 2 Euro, Leute! Schon 2 Euro von 10 Euro! 3! Hier sind... Oh, hier geht es noch weiter, Leute! Oha! 4! Yo! Komm schon! 5 Euro, Leute! 6! Hier waren 6! Sehr gut! 7! Hier ist auch noch einer! 8! Und da vorne sind die letzten beiden Euros, Leute! Ey, das ist ja mega cool! Und zack! Und zack! So! Jetzt haben wir 10 Euro gesammelt für Planton! Und mal gucken, was ich mir damit kaufen kann, Leute! Planton! Ich bin wieder da! Hier einmal die 10 Euro für dich! So! Sehr gut, Spongebob! Du hast die erste Aufgabe gemeistert! Nun begib dich bitte hinter dir ins Zeitportal! Wie jetzt? Hä? Welches Zeitportal denn? Oh! Was, Leute? Oha! Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt durch! Ah! Wow! Wow! Alter! Wo bin ich denn jetzt hier, Leute? Und wie sehe ich aus? Ich bin einfach so ein kleiner... Ey! Was? Hä? Was macht... Wow, 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 wow! Was macht Patrick hier? Was hat er für eine Karre, Leute? Äh... Hallo, Spongebob! Wie geht es dir? Ist alles gut? Ich hab dich lange nicht gesehen! Schön, dich zu sehen, Patrick! Häng dran! Du musst zur Schule, Spongebob! Geh da vorne in die Bibliothek und hole dir deine Bücher und beeil dich! Da sind die Bücher? So, Spongebob! Hau rein! Mach's gut! Ja, ich werde zur Schule gehen, keine Sorge! Okay, hau rein, Patrick! Mach's gut! Okay, Freunde! Also, ich bin jetzt gerade zwölf Jahre alt, wie man sehen kann! Und wir müssen jetzt erstmal jetzt hier zur Schule gehen, Leute! Denn Schule ist ja etwas, da muss man leider hin! Aber trotzdem wichtig! Deswegen! Wir gehen jetzt mal rein in die Bibliothek und schnappen uns mal ganz kurz ein paar Bücher und... Wow! Was? Wie krass sieht denn das hier bitte schön aus? Ähm... Okay! Das ist die Frage nur, welche Bücher brauche ich denn so? Weil das sieht eher aus wie so ein Geschichtsbibliothek-Ding hier, wo nur so Geschichtsbücher sind! Ich glaube, ich muss nach oben, Leute! Nach oben gehen in die obere Abteilung! Wie komme ich denn jetzt denn? Und nach oben ist jetzt gerade die Frage! So, hier kann ich hochgehen! Ah! Ich dachte gerade schon, ich komme ja gar nicht mehr nach oben, Leute! Nur, wo gehe ich denn jetzt hin, ey? Ich weiß ja gar nicht, wo ich jetzt hin soll, Leute! Und welches Buch ich immer brauche! Äh... Ich frage mal ganz kurz die Bibliothekarin, oder wie das Ding hier heißt, ne? Und... Ey! Sandy! Du leitest die Bibliothek hier? Hahaha! Ganz recht, Spongebob! Also, sag mal, welche Bücher brauchst du? Ich besorge dir, kein Wort Sorge! Ähm... Ich bräuchte einmal... Oh, was hat Patrick mir doch eben gesagt? Der hat mir gar nichts gesagt! Ich glaube, ich brauche Deutsch auf jeden Fall! Äh... Englisch haben wir jetzt auch schon! Ich bin in der sechsten Klasse! Und am besten noch so Biologie, Erdkunde, so Atlas, alles mögliche! Das, was ich so, äh... Brauche! Okay, ha! Kein Problem, Spongebob! Komm mit! Mann, ey, Mann! Wie kann das überhaupt sein, dass du gar keine Bücher hast, Mann? Spongebob, okay! Komm, Abit! Ich zeig dir jetzt aber ganz kurz, wo die ganzen Sachen sind! Dann kannst du sie alle nehmen! So, und zwar genau hier oben! Da kannst du dir alles nehmen, Spongebob! Ah, da oben! Okay, sehr gut! Dann, äh, würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal! Alles klar! Halt die Ohren steif! Ciao, ciao! Mach ich, ja? Meine Ohren sind steif wie nie! Ich hab nicht mal Ohren, Leute! Okay! Warte mal, ich schnapp mal ganz kurz mal die Bücher hier! Mann, sind das echt viele Bücher! Ich hab jetzt hier alle in die Box reingetan, Leute! So, okay! Und dann gehe ich mal ganz kurz mit den Büchern hier nach draußen! Und dann müssen wir jetzt auf jeden Fall zur Schule, Leute! Und, äh, wenn wir da den Unterricht verpassen, das wäre auf jeden Fall gar nicht gut! Ich will gar nicht wissen, wer hier der Lehrer ist! Ob es Mr. Krabs ist oder keine Ahnung wer! So, dann lasst mal ganz kurz hier rausgehen, Freunde! Sehr gut! Okay! Dann gehe ich jetzt auf jeden Fall mal zur Schule, Leute! Ich habe jetzt die ganzen Bücher hier in den Rucksack gestopft! Ich würde aber sagen, ich erspare euch mal ganz kurz die ganze Schulzeit! Sondern werde wieder da sein, wenn ich jetzt fertig bin mit der Schule! Tja, da bin ich also! Acht Stunden in der Schule! Und der Spongebob weiß noch gar nicht, was gleich auf ihn zukommt! Aber dazu werden wir gleich mehr erfahren! Ah, was ein anstrengender Schultag, Leute! Es ist ja sogar schon fast dunkel hier! Aber jetzt ganz ehrlich, wie ich jetzt wieder alter werden kann! Ich meine, ich habe jetzt die Schule absolviert, Leute! War acht Stunden jetzt da, einfach völlig umsonst! Ich wusste gar nicht, in welchem Thema wir sind! Aber Hauptsache Patrick und Plantorn sind glücklich, ja? Oh! Okay! Was passiert jetzt? Irgendwas Verrücktes passiert gerade, Leute! Oh! Das Zeitportal! Es ist da! Ich weiß nicht, ob ich da jetzt reingehen soll, Leute! Okay, doch! Ich gehe rein! Ich will älter werden! Okay! Und wir werden älter! Wow! 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 Wo bin ich denn jetzt hier aufgewacht, Leute? Hey! Was ist denn... Oh mein Gott, unser Schnorrbart! Was? Hey, wir sind 32 Jahre alt, Leute! Das bedeutet doch sicherlich, dass wir uns einen Führerschein haben, oder nicht? Ah, ich gucke jetzt mal hier in mein Popmann! Aber... Ne! Leute, wir haben immer noch gar keinen Führerschein! Das ist aus von Schropp ganz vergessen! Also ich schätze mal, um jetzt älter zu werden, müssen wir uns einen Führerschein machen. Dafür müssen wir natürlich auch erstmal zur Fahrstuhl gehen. Und ich glaube, die ist ja direkt irgendwo um die Ecke, Leute. Mal gucken, ob Mrs. Puff noch da ist. Oder vielleicht irgendwer anders, Leute. Wahrscheinlich ist die heute auch krank. Kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, direkt da vorne ist gleich die Fahrstuhl, Leute. Da, wo das rote Schild ist, genau da. Ich hoffe mal, dass die auf jeden Fall noch Platz haben, Leute. Ich sehe auf jeden Fall da schon ein paar Leute drin. Okay, ich hoffe, die sind gerade nicht mitten irgendwie in so einer Theorie-Ding, in so einer Theorie-Sitzung. Äh, oha. Warte mal. Ich glaube, ich gucke mal erstmal von außen, Leute. Yo, was? Ich sehe gerade, da sind ja alle Leute am Start, Leute. Planton, Meerjungfraumann, Blaubarschbube, Mantarochen, Mr. Krabs, dieser König Neptun sogar und der fliegende Holländer. Und Taddeus ist einfach der Lehrer. Okay, Leute, ich gehe einfach mal da, äh, äh, da rein. Mal gucken. Oh, das wird gleich so unangenehm. Kennt ihr das, wenn ihr so zu spät kommt irgendwo? So, okay. Ist hier irgendwo eine Assistentin? Anscheinend nicht, ne? Kann ich hier durchgehen, oder was? Hallo? Oh, ne, hier ist nur die Toilette. Äh, oah, das muss gerade sein, Leute. Ich habe 32 Jahre nicht gemacht. Oh, oh Gott, oh Gott, nein. Oh, nein, das ging neben die Toilette, Leute. Oh Gott, okay, lass mal ganz kurz jetzt hier, äh, reingehen und mal den Führerschein machen. Oh nein, jetzt bin ich hier der Letzte. Ich habe nicht meinen eigenen Tisch. Äh, hallo, ähm, ich würde gern den Führerschein machen. Äh, ich weiß, Spongebob, du probierst das schon seit 15 Jahren. Und du hast immer nur fehlgeschlagen. Was? So lange probiere ich das schon? Oh Gott, Leute. Was habe ich denn die letzten Jahre gemacht hier die ganze Zeit? Okay, weißt du was, Tadeus? Wenn ich das jetzt schaffe, die Führerscheinprüfung, die bestehe, dann werde ich vielleicht älter, Leute. Äh, dann, äh, dann kriegst du was von mir, okay? Äh, okay, Spongebob, na gut. Dann komm mal mit, Tadeus, okay? Und geh bitte nicht aufs Klo. Ähm, da ist, äh, das ist, das ist, äh, da sollte man einfach nicht reingehen. Dann zeig mal bitteschön, wo dein Fahrschulauto ist. Ich muss damit irgendwas fahren. So, dann komm mal mit, Spongebob. Mann, oh nee, ey. Mann, der hat schon so lange keinen Führerschein. Das ist doch wieder jetzt nur ein Fall. Kann ich doch nichts für, dass ich so schlecht bin. So, hier siehst du, Spongebob. Hier ist unser Fahrschulauto, ganz normal, unser Lamborghini. Also, steig ein, ich komm mit auf die andere Seite. Also, ja. Ja, okay, ich steig doch schon ein, Leute. Was ist doch mit dem Lamborghini? Oh mein Gott, okay, steig ein, Tadeus. So, alles reinsteigen jetzt hier. Leute, kein Wunder, dass ich seit zwölf Jahren gefühlt durchfalle, wenn ich mit dem Lamborghini einfach mal eine Führerscheinprüfung machen muss. Okay, äh, dann, ich werd mal ganz kurz hier rechts fahren, okay? Okay, echt ein schöner Tag, hier, Tadeus, grad, ne? Ich muss echt sagen, echt ein schöner Tag. Die nächste bitte links. So, da. Ah, okay, ja, ja. Oh, muss ich das Stoppschild überfahren, Leute? Ich weiß grad gar nicht. Oh, okay. Links, ja? Okay, kein Problem, Tadeus, ich fahr links hier. Äh, oh, das war eine ganz, ganz knappe, äh, grüne Ampel, Leute. So, bis jetzt schlagen wir eigentlich ganz gut, ne? Und wenn ich jetzt grad zurückschaue, wie ich diese Fahrprüfung gemeistert habe. Wir sind gefahren, bei Tag, bei Abend. Ich muss zwar sagen, am Anfang war das Einparken noch nicht so besonders. Aber mit ein bisschen Übung sollte das auf jeden Fall alles klar gehen. Und sogar einen Tag später konnte ich perfekt rückwärts seitlich einparken. Mann, Mann, Mann. Mrs. Puffer echt stolz auf mich gewesen. Ich steh jetzt vor der letzten roten Ampel, Leute. Haben wir es geschafft? Und Abfahrt. Ja, Leute. Ich glaube, jetzt haben wir unseren Führerschein. Und einparken. Sehr gut. Und Mann, Mann, Mann. Das war auf jeden Fall echt sehr, sehr lange, wie das gedauert hat, Freunde. Und wie hab ich mich so geschlagen, Thaddeus? Das sagst du. Aber in Ordnung, Spongebob. Der ist wahrscheinlich einfach nur grad voll eifersüchtig. Guck mal, die stehen da immer noch, ne? Mann, haben die gar kein Leben, wie die hier am Üben sind. Tja, ich hab den Führerschein. Haha. Hier, guck mal, der Führerschein bei mir. Okay, äh, danke schön, Thaddeus, ne? Dass ich jetzt den Führerschein hab. Vielen, vielen Dank. Und wir werden jetzt nämlich kurz zu Simen gehen und uns dann ein Auto kaufen. Oh. Ey, was passiert denn gerade, Leute? Was, ey, wo bin ich jetzt? Hä? Was ist gerade passiert, Leute? Was? Ich bin 56 Jahre alt? Ich seh ja richtig, ich bin ja richtig stabiler Ochse, Leute. Dafür, dass ich so alt bin. Ich wollte doch gerade ein Fahrzeug kaufen und auf einmal ist irgendwas passiert. Ich bin jetzt alt geworden ohne das Zeitportal. Warum gehst du so sexy, Spongebob? Was ist denn hier los? Okay, äh, jetzt haben wir trotzdem genug Geld, um mir ein Auto zu kaufen. Und genau das werden wir jetzt machen. Ich werde jetzt nämlich zu Simen gehen. Und ich hoffe, dass da der irgendwie geile Autos hat, die ich mir kaufen kann, Leute. Und nun machte ich mich auf den Weg zu Simen. Noch ganz unschuldig und gar nicht wissend, welches Auto ich gleich kaufen darf. Ich bin gelaufen, bei Tag und auch bei Nacht, Leute. Ab zu Simen, um mein Fahrzeug abzuholen. Ich wollte aufgeben, aber ich hab's nicht getan. Selbst bei Nacht bin ich gelaufen wie ein Verrückter. Und dann hab ich es geschafft. Ich bin zu Simen. Der Regen aufgehört und ich bin da. Endlich bin ich angekommen, Freunde. Bei Simen und... Oh mein Gott. Er hat das Burgermobil, Leute. Was hat der für krasse Fahrzeuge? Hier ist ein Squid Game Auto, ne? Hier ist so ein kleines Bobbycar oder was soll das sein, Leute? Sieht auf jeden Fall danach aus, ne? Ey, Simen, ohne Spaß. Jo, was hat der für Fahrzeuge? Sind wir irgendwie in der Zukunft, Leute? Und ist es da etwa hier gerade ein Hagi-Wagi-Motorrad? Okay, äh, Simen, ich hoffe... Hallo, Simen. Ich würde gerne, äh, deinen Burgerwagen kaufen. Der würde mir sehr gut stehen. Ach, SpongeBob, ich kenn dich doch. Hahaha. Du kannst ihn geschenkt haben. Ich hab ihn sowieso von dir geklaut, aber sag das keinem. Hahaha. Okay, danke, Simen. Leute, wir haben jetzt hier einfach das Burgermobil. Hahaha. Was? Ey, wir sitzen einfach drin. Und das sieht richtig, richtig witzig aus, Leute. Nee, nee. Ey, was? Wie cool ist das denn, Freunde? Wir haben einfach das Burgermobil. Oh, tut mir leid, Kollege. Ganz, ganz vorsichtig jetzt hier. Ey, Leute. Wir können jetzt doch theoretisch Patrick mal besuchen. Oh nein. Oh, vorsichtig. Und vielleicht ist der ja zu Hause. Können wir denn endlich mal mein Burgermobil zeigen? Und nicht sein doofes, kleines Motorrad oder sowas, was er da hatte. Oh, mal sehen, ob der zu Hause ist, Leute. Kann ich hier... Achtung. Kann ich da durch, Leute, mit dem Burgermobil? Ach, nee. Aber okay, ich muss ganz kurz absteigen. Ist auch kein Problem. Patrick, bist du zu Hause? Oh Gott, Haddaddy ist es zu Hause, Leute. Und mein Zuhause steht da auch. Patrick, hallo. Ich würde dir gerne mal mein Burgermobil zeigen. Spongebob, ich bin am Schlafen. Lass mich. Oh, okay. Na gut, Patrick. Dann komme ich ein andermal wieder. Ey, Leute. Ohne Spaß. Ich glaube, wir müssen jetzt hier mit dem Burgermobil mal richtig schnell fahren, um vielleicht so ein bisschen Zeit zu reisen. Dann zeige ich Ihnen das halt ein andermal, Leute. So. Und ab geht es jetzt hier mit dem Burgermobil auf Tour, Leute. Oh. Oh. Wow. Boost. Was ein Boost. Was ein Boost. Oh. Oh. Wow. 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 Was ist denn jetzt passiert, Leute? Ich bin 100 Jahre alt, Leute. Ich bin der 100 Jahre Spongebob. Aua. Ich kann es mir nicht einfach anfahren. Ich bin 100 Jahre alt. Ich bin Opa. Leute, was geht denn ab? Warum bin ich denn hier so jung? Guck mal. Beziehungsweise. Ich sehe eigentlich doch voll fresh aus, ne? Ich habe aber nur noch einen Zahn, Leute. Und eine Modebraue. Ey, richtig, richtig crazy. Wir sind einfach zu 100 Jahre Spongebob geworden. Das Ganze können wir leider nicht alleine machen, denn wir brauchen die Hilfe von Simeon, Leute. Und der ist, glaube ich, hier. Oh mein Gott. Ich bin da im Rumdriften, Leute. Ich bin mit meinem neuen Wagen. Und zwar ist er hier vorne. Und yo. Hat er irgendwie seinen Laden geupgradet? Was geht denn jetzt hier ab bei Simeon? Ich werde mal ganz kurz hier einparken, Leute. So. Mal gucken, wie er überhaupt zu Hause ist. Simeon, du alte Keule. Wo bist du denn? Ey, auf jeden Fall. Echt krass. Autos ein paar kaufen, ne? Da ist er, Leute. Was geht's? Ah, was willst du denn hier? Oh, Mann, ey. Yo, yo. Was geht ab, Simeon? Und zwar habe ich heute was vor. Und zwar brauche ich dafür deine Hilfe. Denn ich will heute alle Sponix-Autos besorgen. Auf jeden Fall hole ich die. Ich kaufe die und will sie gerne an dich weiterverkaufen. Dann kannst du jemanden so richtig krasses Autos stehen haben. Und die will bestimmt nachher jeder haben. Hm, ja. Sonic-Autos. Ja, okay. Ja, ich werde dir ganz viel Geld dafür geben. Okay. Alles klar, Simeon. Da werde ich jetzt auf jeden Fall hier die Sonic-Autos... Was hast du gesagt? Welche Bedingungen meinst du denn? Ja, ich werde dir bald den Laden dicht machen müssen. Also ich gebe dir halt echt nur so ein paar Stunden Zeit. Viel Glück, ja. Okay, ein paar Stunden schaffe ich es, Simeon. Keine Sorge. Ey, Leute, was? Wir haben einfach nur so ein paar Stunden Zeit. Was hat er hier für krasse Autos? Ich würde die gerne alle mal fahren. Alles klar, Freunde. Wir fahren auf jeden Fall zu dem Ort, wo es Sonic wohnt. Ich weiß auf jeden Fall noch, wo er wohnt, Leute. Und ich hoffe... Yeah! ...dass er nicht so viel Security oder so hat. So, wir sind jetzt fast da bei der Wohnung bzw. bei der Villa von Sonic. Ich wusste gar nicht, dass Sonic so ein krasses Haus hat. So, Achtung. Ich werde einfach ganz kurz einparken. So, hier ist sogar Shadow, Leute. Äh, okay. Also, jetzt hast du sogar Sonic Silver gerade am Start, ne? Ey, äh, äh... Hallo, ähm... Eine Lieferung für Sonic. Äh, äh... Glaube ich dir nicht, nein. Das glaube ich dir nicht. Ach, das war ja nur ein Spaß. Das war ein alter Witz zwischen Sonic und mir, ja. Ich bin sein Kollege. Du kannst ihn ja mal anrufen, ganz kurz. Nee, 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 nee. So wird das nicht. Hau ab, Kollege. Ach, verdammt, Leute. Nein, wir sind aufgeflogen. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal ganz kurz mir was ausdenken, dass wir da irgendwie reinkommen, Leute. Ich habe schon eine Idee. Und dann werden wir auf jeden Fall schon mal das erste Sonic-Auto klauen. Und zwar bin ich jetzt gerade bei meinem Kollegen Jeffrey. Der hat so eine, äh, Dingens, Leute. Hier kann man auf jeden Fall Pakete abliefern. So, Kollege, einmal ganz kurz hier. Hallo, ich möchte hier ganz kurz meinen Job starten. Und jetzt sollte, glaube ich, hier jederzeit, ja, und zwar das Auto da sein. Und mit diesem Wagen können wir uns jetzt theoretisch einfach reinschleichen, Leute. So, das heißt hier. Und dann können wir jetzt auf jeden Fall hier schön Sonic-Auto-Klager. Hey, stehen bleiben, warte. Wieso stehen bleiben, was denn? Dir ist schon bewusst, dass du damit Pakete auslieferst, ja? Verdammt, Leute, er hat uns gehört. Ja, klar werde ich damit auf jeden Fall Pakete ausliefern, kein Problem. Leute, ich tue jetzt einfach so, als würde ich Pakete ausliefern. So, das heißt hier schön einmal ganz kurz das Paket reinmachen. So, Tür auf und Paket abliefern. Und dann machen wir das ganze Ding am Ende vielleicht wieder zu hier. Obwohl, nee, warte mal, wir lassen es einfach kurz auf. Und jetzt fahren wir da hin zum Sonic-Haus. Und sagen ihm einfach, dass wir Paket für Sonic haben, ganz viele. Weil der wird bestimmt richtig viel bestellen in seiner Villa. Alles klar, Leute. Okay, wir fahren echt langsam mit dem Teil, aber kein Problem. Da vorne ist Shadow. Und er wird jetzt nichts erwarten, ne? Jetzt kommt halt wirklich eine Lieferung. Oh nein, ich muss mich aber noch ganz kurz umziehen, Leute, weil er wird mich doch locker erkennen. Ja, ich glaube, jetzt haben wir uns hier richtig gut versteckt. Haha, der wird uns niemals hier entdecken mit dem Maskenteil auf unserem Kopf. So, jetzt hätte ich hier ganz kurz mal, ja, einmal ganz höher hinfahren. Hallo, eine Bestellung für, äh, Sonic. Was, schon wieder? Das kann doch nicht sein. Äh, doch, Sir. Eine Bestellung für, äh, ich guck mal. Sonic Sonic. Ja, der heißt mit zweitem Namen auch Sonic. Äh, ich glaube ihr nicht. Wo sind die Pakete, Mann? Äh, die kann ich Ihnen gerne zeigen. Äh, ich kann ja ganz kurz mal, ja, das Ding aufmachen. Guck mal, ganz, ganz viele Pakete. Reicht das schon? Kann ich jetzt endlich rein? Ich muss meinen Job weitermachen. Ja, gut, okay. Los, Jeffrey, öffne das Tor. Sehr gut, Leute. Der hat uns das einfach abgekauft, so. Das Tor wird geöffnet. Wir können es hier auf jeden Fall reinfahren. Und das ist die Frage, ist jetzt gerade Sonic zu Hause? Ich denke mal schon, weil seine Wache vor der Tür steht. Also, Shadow, dann ist er wahrscheinlich zu Hause. So, was mache ich denn jetzt am besten? Gehe ich jetzt zur Tür mit dem Paket? Oder? Erstmal wollte ich erstmal gucken, wo das Sonic-Auto vielleicht sein kann. So, dann mal ganz kurz wieder ausziehen. Perfekt. Und jetzt ist halt die Frage, Leute. Denkt ihr, der ist, äh, Sonic... Warte, ich gehe mal ganz kurz hier rein, Leute, durch die Tür. Wir hätten auch gerade anders gehen können. So, denkt ihr, hier ist das Auto drin? Was ist denn das? Krass! Oha, Leute! Was hat denn Sonic für ein krasses Auto? Guck mal das! Hä? Der hat hier einfach so... Das ist ja animiert, der Boden und es schwebt und... Hä? Auch hier ist das ein Sonic-Ring? Leute, das ist einfach ein Sonic-Ring. Und noch ein Sonic da. Das ist ja das krasseste Auto, was ich jemals gesehen habe. Warte mal, ist das auf? Ne, Leute, ist abgeschlossen. Ich kann nicht rein. Ich glaube, wir brauchen die Schlüssel. Die sind locker irgendwo im Haus. Ey, das ist ja ein unnormales Fahrzeug, Leute. Jetzt ist halt die Frage, ob jetzt Sonic wahrscheinlich gerade... Ist er gerade wach oder so? Das ist ja mitten am Tag, Leute. Jetzt trotzdem mal rein. So. Sonic! Muss auf jeden Fall ein bisschen leise sein, Leute. Am besten jetzt die Schlüssel suchen. Die sind doch meistens immer am Eingang, oder nicht? Ah, nee, okay. Die Schlüssel kann man aber wahrscheinlich auch meistens am Bett vergessen, Leute. Und zwar irgendwie auf dem Nachttisch. Deswegen suche es mal ganz kurz den Ort, wo Sonic schläft. Okay, hier oben habe ich auf jeden Fall alles durch, Leute. Der hat hier nur so seine Spiele-Ecke. Hier hat er so einen kompletten Musikraum. Hier spielt er einfach irgendwie Billard. Ich gehe nochmal ganz kurz unten gucken. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er wahrscheinlich hier oben irgendwo lebt. Sonic, wo bist du? Ey, der hat auch so ein richtig krasses Wohnzimmer hier, ne? Warte, ist das das Blaue? Ist das hier sein Schlafzimmer? Ist das hier sein Schlafzimmer? Ey, der hat einfach einen McDonalds bei sich zu Hause. Wie krass ist das denn, bitteschön? Und eine Toilette mit einem goldenen Toilettenhalter. Ey, das Sonic ist ja übertrieben reich. Die Fahrzeuge sind locker richtig viel wert. Das Zimmer wird gar nicht auf klarkommen. Ist der ein Billie Eilish-Fan, Leute? Okay, das ist auf jeden Fall ganz, ganz verrückt. Boah, das sieht so krass hier aus. Okay, ich gehe jetzt mal nach oben, weil ich glaube, sein Schlafzimmer wird oben sein. Und ich glaube, ich mag recht behalten. Hier ist auf jeden Fall ein Schlafzimmer, da ist aber keiner drin. Ich weiß nicht mal, ob er beim Schlafen ist, aber ich denke mal, da wird es uns wahrscheinlich irgendwas anderes machen. Da liegt der, Leute. Und wie schläft der? Warum schläft der mit Schuhen an und die sind auf seinem Kopfkissen und der schläft andersrum, Alter? Hä? Und jo, der ist bei Findet Nemo eingeschlafen. Also echt, Leute, ohne Spaß. Das ist da hinten auch noch seine eigene Yacht. Ey, der ist da so reich. Okay, wir müssen leise sein, Leute. Da sind die Schlüssel. Okay, sehr gut, Leute. Lassen wir mal ganz kurz die Schlüssel nehmen. Sehr gut. Jetzt haben wir schon mal einen Schlüssel. Und ich hoffe mal, dass wir mit dem auf jeden Fall das Auto aufmachen können. Ich werde jetzt mal ganz kurz hier zurückgehen, Leute. Ganz, ganz schnell zur Garage. Ey, der hat so krasse Wagen, Leute. Ohne Spaß. Der hat ja auch einfach so einen Go-Kart, ne? So, also, dann lassen wir jetzt hier ganz schnell reingehen und mal gucken, ob wir... Boah, das sieht so crazy aus, Leute. Das ist ja nicht mehr normal. So, lassen wir abschecken, ob wir jetzt hier... Oh, Leute. Ist das gesehen? Das Auto ist jetzt... Oh mein Gott, das ist aufgegangen. Und die Animationen sind trotzdem noch da. Was ist denn das für ein krasser Wagen? Okay, äh, ich muss jetzt auf jeden Fall ganz schnell hier an dem Shadow vorbeifahren, damit da auf jeden Fall nichts entdeckt, Leute. Und dann irgendwie Alarm schlägt, weil Sonic ist auf jeden Fall null Kommandels hinter uns. Äh, jetzt schnell die Sonic-Stimme machen. Äh, oh Mann, ich fahr kurz einkaufen. Okay, Leute, schnell weg. Oh, ich glaub, der hat nichts bemerkt. Oh Gott, ey, Leute. Es ist auf jeden Fall nur noch eine Frage der Zeit, wie lange wir haben. Warte mal, kann ich die Animation noch... Ich kann die auch ausmachen. Ich kann die... Oh Gott. Was? Das Sonic-Auto kann die anderen Autos einfach so weghauen. Guck mal. Ohohohoho, was? Okay, also wir können die Animation anmachen oder wir können sie ausmachen. Das ist ja unnormal krass. Guck mal, wie wir durchfahren können. Okay, ich würde auf jeden Fall sagen, Leute, dass wir es hier ganz schnell zu Simien bringen. Weil wenn Sonic davon Wind bekommt, der wird uns auf jeden Fall verfolgen. Aber ich glaub nicht, dass er wissen wird, dass wir das bei Simien verkaufen. Weil normalerweise macht Simien keine krumm Geschäfte. Wo der wahrscheinlich schon fragen wird, wo wir das, äh, Sonic-Auto, äh, wo wir das herhaben. Ey, das ist so cool, Leute. Vor allem ist es auch richtig schnell. Und hier ist Vollgasgeber. Ohohohoho. Oh. Das Ding ist gut, dass es nicht... Nein. Nein, 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 nein. Wir haben die Tür verloren. Ich dachte, das ist unzerstörbar. Okay, warte. Ich muss sie einmal ganz kurz, äh, wieder ranbauen, Leute. Kein Problem. Ich hab zum Glück meinen, meinen Werkzeugkasten mit, Leute. So, dann werden wir mal ganz kurz jetzt hier uns, äh, das angucken mit der Tür. Okay, das hat noch nicht gereicht, Leute. Ich brauch auf jeden Fall noch meinen anderen Werkzeugkasten. Oh, Leute, mir sind ein paar Schrauben runtergefallen. Ich muss sie kurz aufheben. Oh, so, ganz kurz die Tür reparieren. Ja, mhm, sieht gar nicht mehr so schlecht aus. So, Leute, wir haben es auf jeden Fall gleich geschafft. Alles klar, die Tür ist wieder heil, Leute. Ab geht's zu Simeon. Und dann auf jeden Fall nicht nochmal mit dem Wagen gecrashed. Das wäre echt sehr unvorteilhaft, Leute. Aber ich will mit dem so schnell fahren. Ey, der wird jetzt gleich so staunen, Leute, von welchem ich hier auch das Ding mit den Animationen zeige. Oh Gott, die anderen Autos sind auf jeden Fall noch da. Wie können wir jetzt am besten das Auto da rein... Ah, von hier, glaube ich. Hier muss man reinfahren, ne? So, alle, Achtung, jetzt hier, Leute. Ho, ho, ho. Yo, wir haben den krassesten... Alter, warte, pass auf. Das muss ich auf jeden Fall Simeon jetzt zeigen. Simeon, ich hab den krassesten Wagen für dich. Komm mal mit. Ah, als ob du jetzt schon so schnell ein Zolleke-Auto gefunden hast. Ja, doch, doch, doch. Vertrau mir, ruhig. Komm mit, Simeon. Okay, Leute, der ist auf jeden Fall... Ey, der wird gleich so geflasht sein, wenn ich ihm jetzt das Auto zeige. So, pass auf, Simeon. So, ich mach dir mal ganz kurz die Tür auf. Komm durch, jetzt hier, kleiner Mann. Hallo. Kommt du durch die Tür jetzt durch? Schau dir mal dieses Auto an. Hallo, was machst du denn? Oh, ja, Smigos. Oh, mein Gott. Das muss ich allen meinen Freunden zeigen. Ei, 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 ei. Das ist ja unnormal. Die werden mir das doch niemals glauben, dass ich so ein Auto hier habe. Ey, lass mal ganz kurz hier das mit dem Foto sein. Pass auf, Simeon. Ich zeig dir mal was ganz Krasses. Du kannst nämlich hier... Pass auf, ich mach die Tür auf jetzt. Und jetzt, pass auf, schnall dich an. Und boom. Pass auf, warte. Hast du noch was zum Hochfahren jetzt gerade? Obwohl, ich glaube, ich muss aussteigen. Ich muss aussteigen und den Wagen abschließen. Also, der Wagen ist abgeschlossen. Alter, Simeon, sieh dir das mal an, was du hier hast? Äh, 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 ich komm darauf gar nicht klar. Ich muss so viele Fotos machen, bis es so geht. Äh, pass auf, pass auf. Ich mach den Deal. Ich kauf den ab für, ich sag, zehn Millionen. Ist das in Ordnung? Oh, Leute. Zehn Millionen Dollar. Alter. Das ist wahrscheinlich noch viel, viel Mehrwert. Aber wer soll das bitte schon noch abkaufen? Ich mein, Sonic wird wahrscheinlich nach dem Wagen schon suchen. Äh, ja, Simeon. Zehn Millionen ist auf jeden Fall richtig gut. Ich hol dir noch eins, okay? Noch eins? Oh, ist mir. Oh, mein Gott. Okay, ja, 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 zehn Millionen verkauft, verkauft. Alles klar, Simeon. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder, weil ich hab noch mal vor, einen Wagen zu holen. Ey, Leute, ohne Spaß ist das richtig krass, Alter. Wir haben einfach den krassesten Wagen. Der ist jetzt locker wahrscheinlich gleich hier vorne oder so, oder wenn es Simeon da irgendwas macht. Brauchen wir auf jeden Fall gerade nur irgendwie ein Auto, Leute. Äh, ich guck mal gerade, ob ich hier gerade irgendwen simsen kann, ob ich irgendwen erreiche. Hm, hallo, ich brauch ein Auto zu mir, bitte. Okay, ich hab jetzt eigentlich einen gesimst. Das sollte eigentlich jetzt gleich ein Auto... Alter, hey, der hat einfach den Wagen viel zu schnell geholt. Ich war gar nicht so breit. Oh, jetzt muss ich den auch noch einmal ganz sonst umwerfen lassen. Nein. Alles klar, Leute, ich bin jetzt hier im Wagen drin. Und ich muss jetzt erstmal ganz gut was von Starbucks holen, Leute. Ich hab auf jeden Fall jetzt richtig Bock auf so einen richtig schönen Kaffee, Leute. Das brauch ich jedenfalls gerade. Das wäre auf jeden Fall echt nicht schlecht, Leute, wenn wir jetzt hier einen schön richtig eiskalten... Oh, warte, ich muss das hier... Komm schon. Sag jetzt nicht Starbucks dazu. Oh, doch, ich wollte gerade sagen, Leute. So, wir werden mal ganz kurz hier einparken. Alter, was ist das denn für ein krasses Auto, Leute. Das ist ja unnormal. Das ist ja viel cooler als meins. Yo, das ist ein Sonic-Auto. Oha, Leute. Bedeutet das, dass das Sonic jetzt auch gerade bei Starbucks ist, oder was? Oh, warte mal. Ich mach das jetzt mal ganz kurz, äh... Hallo? Ist das abgeschlossen? Oh, nein, 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 nein. Die Alarmanlage ist angegangen. Was ist das denn für ein krasses Auto, Leute? Oha, ich muss... Ich weiß nicht. Ich steig jetzt hier einfach schnell ein, Leute. Ich glaube, ich muss aufbrechen oder so, ne? Warte. Ich werde das Ganze jetzt mal ganz kurz... Äh, 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 aufgebrochen, Leute. So, jetzt hier schnell den Wagen nehmen. Alter Schwede, muss doch gerade irgendwo Sonic sein. Dieser Wagen ist echt zu krass, Leute. So, am besten jetzt. Nein, 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 nein. Da kommt Sonic. Oh, Leute, schnell weg. Mach das Ding auf. Mach das Ding auf. Oh, nein. Oh, Gott, Leute. Der wird uns wahrscheinlich jetzt gleich verfolgen. Guckt euch mal bitte schon an, wie krass dieser Wagen jetzt gerade ist, ne? Ich muss jetzt aber ganz kurz irgendwie verschwinden, weil der wird jetzt wahrscheinlich uns gerade hinterher rennen. Ich sehe ihn gerade nicht. Er ist immer noch... Oh, Gott. Er ist wahrscheinlich gerade hinter uns, Leute. Ich kann es gerade nicht sehen. Der Wagen ist zu krass, Leute. Was hat der bitte schon für ein Handling? Guck, wie ich hier fahren kann. Ich kann auch extrem schnell... Ohohoho. Yo, der hat sogar einen Blitz unten. Ey, das ist ja zu heftig, Leute. Ohne Spaß. Das ist eines der krassesten Sonic-Autos. Alter, die ich jemals gesehen habe. So, hier schnell durch. Ich muss jetzt am besten mit dem Wagen verschwinden irgendwo, Leute. Das geht nicht anders. So, warte mal. Es gibt doch locker hier noch irgendwo diese Pacific Bank oder so. Können wir da nicht reinfahren einfach? Ich weiß, dass wir da auf jeden Fall irgendwie so zwei Türen hatten. Ja, ja, ja. Okay, da sind zwei Türen. Passt du mir da rein, Leute? Oder ist der Wagen zu fett? Oh nein. Ah, die Tür bewegt. Nee, nee. Der Wagen ist zu fett. Oh nein, Leute. Das ist toll. Ich würde es wahrscheinlich irgendwo verfolgen. Ich muss den jetzt hier irgendwie... Leute, ich muss den Wagen hier irgendwo verschwinden lassen. Ich weiß, wo wir den verschwinden lassen können, Leute. Bei Ottos Autohaus. Da können wir jetzt hinfahren, Leute. Der hat auf jeden Fall so ein paar Garagen, wo wir den kurz verstecken können. Wir sind mit dem Wagen nämlich einfach zu schnell. So, ist nämlich, Leute. Oh Gott, hier ganz kurz. Der Wagen ist, guck mal, wie schnell der rückwärts fahren kann. Beziehungsweise die rückwärtsbeschleunigung. So, jetzt hier ganz kurz den Wagen reinfahren. Hier ist nämlich Ottos Auto. So, jetzt fahren wir ganz kurz hier rein. Ich glaube, Otto ist auch gar nicht zu Hause, ne? Ey, sein Schubmister auch so lit, Leute. So, ganz kurz hier raus. Und jetzt erst mal ganz kurz hier durchpusten. So, und jetzt... Gott, was mache ich denn jetzt in der Zeit? Jetzt muss ich auf jeden Fall erst mal ein bisschen warten, Leute. Bisschen die Zeit vertreiben. Hallo, ist jemand? Na toll, jetzt ist der Laden ja auch. Jetzt ist ja keiner da. Vielleicht können wir auch einfach in die Pizzeria gehen, Leute, nebenan. Weil hier nebenan ist auch noch so eine Pizzeria. Vielleicht können wir ja da ein bisschen die Zeit totschlagen. Und kurz warten, bis dann auf jeden Fall jetzt hier... Oh Gott, das ist auch echt nett hier, Leute. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier mal kurz ein bisschen essen gehen. Und sehen uns gleich wieder. Okay, Leute. Oh, ist auf jeden Fall schon echt spät geworden. Die Sonne geht schon unter jetzt gerade. Okay, ich habe jetzt hier mal ein paar Stunden gewartet. Ich hoffe, der Wagen ist noch da. Und ich hoffe, Otto hat den jetzt hier nicht geklaut, Leute. Also deswegen, wir bringen ihn jetzt ganz schnell zu Simeon. Und dann kriegen wir für den wahrscheinlich noch mal extrem viel Geld. Guck mal, hier wie der aussieht. Der ist so heftig, Leute. Das ist einer der coolsten Fahrzeuge, die ich jemals gesehen habe. So. Und jetzt mit Vollspeed. Der Wagen ist noch da. Geht's ab zu Simeon. Hohoho. Ey, das ist genauso krass, ne? Ich hoffe, er auf jeden Fall das Thema noch auf hat, Leute. Ich meine, es ist schon echt richtig spät geworden. Aber gucken wir mal ganz kurz, ob er vielleicht noch hier das Ganze... Oh, was? Hat der einfach den Wagen, Leute? Hat der den auseinandergebaut? Oder sieht das gerade nur so komisch aus? Leute, ich glaube, es ist nur ein Anzeigefehler. Hoffen wir auf jeden Fall. So, jetzt ganz kurz hier den Wagen reinfahren. Jetzt machen wir schon mal wieder ganz kurz hier die Teile an. So, warte. Zack. Okay, jetzt ist keine Anlarmerlage. Es ist nur so eine Anzeige. Jetzt steigen wir ganz kurz aus. Und werden mal ganz kurz hier den Wagen abschließen, dass wir auch dieses Laserding sehen können. Ey, das sieht so krass aus, Leute, wenn der Wagen abgeschlossen ist. Okay, warte mal. Ich gehe jetzt mal ganz kurz hier schnell zu Simeon. Okay, es war nur ein Anzeigefehler, Leute. Der Wagen ist auch da. Aber ey, das ist so krass. Der hat den einfach hier vorne hingestellt. Wenn hier nur Sonic vorbeifährt, der wird so fast von ausrasten. Ey, der macht immer noch Fotos, Leute. Der kann ja gar nicht mehr hier abwarten. Simeon, hör doch jetzt mal auf Fotos zu machen. Ja, okay, ja. Ich bin einfach nur so richtig krass begeistert davon. Sag mir nicht, du hast jetzt noch ein Auto geholt, oder? Ja, Simeon, komm ruhig mit, folg mir mal. Du wirst mir nicht glauben. Komm ruhig mit. Ich weise dir schon fast zu, ne? Wir haben jetzt gerade, glaube ich, irgendwie 19 Uhr oder so. So, komm mal mit. Gib mal Gas jetzt hier. Wir haben nicht so viel Zeit. Leute, ihr dürft nicht wissen, dass die alle geklaut sind, ne? Das Ding ist halt, wenn ihr weiß, dass sie geklaut sind. Ich will hier einfach nur schnell raus, das Geld abzwacken. Dann haben wir auf jeden Fall die Sonic-Autos geholt. Was sehen meine Augen da? Das ist ja nicht mehr normal. Oh mein Gott. Ey, der Wagen ist ja so krass, ey. Ja, Simeon, ich hab's dir doch gesagt. Ey, oh Leute. Wie viel würdest du denn für den Wagen nehmen? Ja, da ich schon einen Wagen habe, würde ich sagen, 5 Millionen Dollar. Ja, 5 Millionen. Oder 5 plus 1 plus, ja, 5 Millionen Dollar, ja. Alles klar, Simeon, dann auf jeden Fall viel Spaß mit dem Wagen und Leute, wir haben auf jeden Fall heute alle krassen Sonic-Autos gesammelt. Es waren zwar nur zwei Autos, aber dafür waren es richtig, richtig heftige Autos und wir mussten auf jeden Fall dafür auch was machen. Dafür müssen wir auf jeden Fall wieder Cartoon Cat besuchen, Leute, denn die Katze weiß einmal Bescheid. Die konnte uns helfen bei den elementaren Cybernets, bei den elementaren Hagiwagis und heute hoffentlich auch bei den elementaren Rainbow Friends. Wo ist jetzt hier Cartoon Cat? Ist der jetzt da oben wieder umgezogen, Leute, oder was ist mit Cartoon Cat los? Okay, wir gucken mal ganz kurz hier. So, Cartoon Cat, bist du zu Hause? Okay, das kennen wir ja schon, Leute, aus der Siren-Episode. Aber ist der jetzt hier oben bei den Hagiwagis auch? Cartoon Cat, bist du zu Hause? Oha! Das ist ja richtig zu Hause geupgradet mit so Bildern, neuen Tisch hast du hier, paar Lautsprecher. Ey, nicht schlecht. Ja, das kann ich auf jeden Fall sehen, Alter. Hier einfach so ein krasses Bett und so, Leute. Heftig auf jeden Fall. Ja, ich will auf jeden Fall heute alle elementaren Regenbogenfreunde finden. Kannst du mir dabei helfen? Miau, 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 miau. Ja, klar kannst du mitkommen, Cartoon Cat. Ich meine, das wäre dann zum Beispiel unsere erste Expedition, wäre doch cool. Hallo, Cartoon Cat, kommst du mal runter jetzt hier? Ich bin schon jetzt fast unten. Mann, okay, wir haben vergessen, dass Cartoon Cat auf jeden Fall echt eine sehr, sehr schlaue Katze ist. So, dann komm auch mal hier runter und dann komm ab ins Auto. Denn wir werden jetzt richtig krasse Rainbow Friends finden. So, jetzt hier ganz kurz ins Auto rein. So, alles einsteigen, du darfst sogar vorne sitzen, ne? So, hier, setz dich nach vorne, darfst sogar vorne sitzen. So, und jetzt muss ich natürlich nur verraten, wo soll denn der erste Erdregenbogenfreund sein? Miau, 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 miau. In der Nähe vom Wasser und eine Höhle. Ich guck mal eben auf der Karte. Ich glaub, wir haben hier in dem Bereich, Leute, eine Höhle, die direkt am Wasser ist. Ich glaub, das hier ist auf jeden Fall in der Nähe. Dann, Wegpunkt ist gemacht. Und ich würd sagen, wir düsen dann mal ganz so Zint, Cartoon Cat. Ey, das ist ja so cool. Einfach mit ihm auf eine Expedition, Leute. Wo wir alle coolen Regenbogenfreunde finden können, soll ich jetzt sagen. Ich geb mal ein bisschen Gummi und ich guck mal, was so vor da ist. Ich glaube, hier in der Nähe war das, Freunde, wo man auf jeden Fall diese Höhle mit diesem Wasser hatte. Mal schauen, wir sind jetzt hier schon mal drin und ich schaue jetzt mal die ganze Zeit ein bisschen um mich. Also hier ist auf jeden Fall logischerweise schon mal nichts. Aber, Leute, ich glaube, hier unten oder so ist, glaub ich, dieses eine Höhle oder sowas. Oh, hier ist ein Boot. Komm, Cartoon Cat, lass mit dem Boot weiterfahren. Ey, das ist ja richtig cool, Leute. So, pass auf, ich setze mal ganz kurz hier so ins Boot rein. Jetzt muss ich auch noch rüberklettern, ne? So, komm, kleiner Racker, worauf wartest du hier? Einsteigen. Genau, sehr gut. Okay, dann düsen wir mal los, Leute, mit unserem richtig, richtig coolen Boot. Und checkt mal ein bisschen hier die Gegend ab, weil ich glaube, irgendwo hier muss es ja in der Nähe sein. Weil das kann ja nicht angehen, Leute, dass hier einfach so, Cartoon Cat, wie das einfach so ohne Grund sagt, ne? Warte mal, was ist denn hier vorne? Hier ist doch, glaube ich, die Höhle, oder nicht? Wow, das ganze Ding ist abgesperrt. Und was ist denn dahinter? Das sieht ja richtig crazy aus, Leute. Könnte dahinter vielleicht der Regenbogenfreund sein mit der Erde? Ey, das wäre halt richtig cool. Äh, Cartoon Cat, wie kriegen wir das ganze Ding nur auf? Miau, 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 miau. Stimmt, du hast recht, Cartoon Cat. Ey, lass mal probieren, mit der RPG gegenzuschießen. Und ich wollte eure Hilfe, Leute, auf den Like-Button drücken. Drei, zwei, eins, jetzt. Es ist aber, ey, das ist eine richtig krasse Wand, Leute. Hast du noch eine bessere Idee, Cartoon Cat, was wir machen können? Miau, 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 miau. Okay, 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 dann warte mal du hier halt die Stellung, bevor ihr nachher noch irgendwer anders kommt. Und auch die elementaren Regenbogenfreunde jagt. Dann, äh, mache ich mich mal ganz kurz hier auf den Weg und suche jetzt mal so irgendwas, Leute, was so, weiß nicht, so ein bisschen vielleicht, äh, Chemie, Hartzäure oder keine Ahnung. Ich wüsste jetzt auch gerade nicht, wo ich am besten hier suchen soll. Ich gucke mal hier vorne, Leute, vielleicht ist hier vorne irgendwo etwas. Irgendwas radioaktives brauchen wir, Leute. Haltet auf jeden Fall die, äh, Augen auf, auf jetzt so irgendwelche, äh, Dingens, wie heißen die, Fässer oder sowas, wo man so richtig, sehe ich da irgendwas, Leute? Warte mal ganz kurz. Als ob ihr jetzt direkt schon, yo, hier hat irgendwer sein Atommüll abgesetzt. Was? Okay, warte mal, wir beladen mal ganz kurz hier das Boot mit, äh, diesen Sachen. Anker vom Boot ist gesetzt und jetzt, oh Gott, Leute, das sieht ja richtig gefährlich aus, ne? Dann lasst uns mal ganz vorsichtig die Teile rauf platzieren. Und so, mehr passen auf jeden Fall nicht rauf, Leute. Ich habe jetzt hier drei erstmal genommen. Ich hoffe, das wird reichen, dass wir da quasi das da vorpacken können. Ich will überlegen, ob ich einfach mit dem Boot da reinrammen soll, Leute. Aber ich glaube, das war nicht so clever, wenn ich das machen würde. So, jetzt erstmal ganz kurz rückwärts düsen. Und dann geht's ab zum ersten, haha, Regenbogen, Freund. Ich hoffe, Kartonkirn wartet da immer noch, Freunde. So, okay, okay. Dann werde ich, glaube ich, jetzt mal ganz vorsichtig das Ding jetzt hier davor stellen. Ja, so werde ich es machen, Leute. Ich werde das Boot davor stellen. Okay, leichte Berührung. So, jetzt ganz kurz den Anker reinmachen. Anker ist gesetzt, Leute. Okay, und wir können jetzt, glaube ich, das nutzen, um da rauf zu schießen und dann das Tor aufzumachen. Vielleicht für den ersten Regenbogen, Freund. Also, ich brauche jetzt eure Hilfe, Leute. Drückt jetzt auf den Abo-Button. Drei, zwei, eins, go. Wow, was, Leute? Guckt euch mal bitte schon das große Loch jetzt hier an. Und ich glaube, da ist der erste Regenbogen, Freund. Kartonkirn, siehst du das? Komm, wir müssen nicht da hin, Leute. Oha, wir haben einfach das Tor aufbekommen dadurch. Ich glaube, Kartonkirn ist wasserscheu, aber halb zu wild. Wir können jetzt nämlich... Oh, hier ist sogar ein Boot, das wir mitnehmen können. So, kleiner Regenbogen, Freund. Ich rette dich. Warte, ich steige kurz aufs Boot auf. Ja, komm runter. So, Leute, er kommt jetzt hier zu uns geschwommen. Du bist nicht mehr eingesperrt. Du bist in Sicherheit. So, er kommt schon. Oh, Kartonkirn möchte jetzt auch anscheinend. Jetzt möchte er auf jeden Fall Spaß haben im Wasser. Aber guck mal, er traut sich nicht, ne? So, der erste Regenbogen, Freund, ist da, Leute. Sehr gut. Gut, ich muss einfach noch ganz kurz hier Kartonkirn einsammeln. Kein Problem. Komm ruhig hier ran, genau. Wir düseln uns auf jeden Fall erst mal wieder nach Hause, Leute, zu Kartonkirns Bar. Wir haben schon mal den ersten Regenbogen, Freund, geholt. Was echt mega, mega cool ist, Leute. Ich hoffe auf jeden Fall, dass mein Auto da vorne noch da ist, Leute. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen. Und es sieht danach aus, Freunde, dass unser Wagen so noch da ist. Sehr, sehr gut. Also, Achtung, alle gut festhalten. Wow. Oh Gott, Kartonkirns. Oh nein. Oh, schnell raus hier, Leute. Oh Gott. Okay, vielleicht hätte ich... Oh nein, Kartonkirn. Ich glaube, der kommt beim nächsten Mal nicht mehr mit, ne? So, aussteigen hier auch, du Rainbow Friend. Worauf wartest du? Besser ist das auch jetzt hier. So, komm aus dem Boot raus. Genau, kletter einfach mal rüber. Hallo, du musst rüberklettern. Der ist ja richtig blöd. Genau, sehr gut. So, Kartonkirn. Da ist Kartonkirn, ich wollte schon sagen. Kommst du auch endlich mal rein jetzt hier? Wir warten schon hier drin. So, genau, rein mit dir. Okay, Leute, ab geht es jetzt hier nach Hause zu Kartonkirn. Ich bin echt gespannt. Oh Gott, welchen nächsten Rainbow Friend... Ich muss besser Autofahren üben. ...wir gleich finden werden. Ab zu Kartonkirn. Und wir sind auch fast da, Freunde. Der ehrenvolle Drift rein jetzt hier. Okay. So, alle sagen mal aussteigen. Wir gehen jetzt hier nämlich nach oben. Und du, Kartonkirn, du bleibst nämlich gleich oben, weil dir kann ich irgendwie nicht vertrauen. Ich weiß auch nicht warum, Leute. Aber ich habe eben so ganz suspekt geguckt und so, als ich das Tor aufgemacht habe. Deswegen, wir sollen auf jeden Fall vielleicht mal oben bleiben bei dem einen Regenbogenfrieren und auf mich aufpassen. Wir können uns auch ein bisschen anfreunden. So, ich bin oben. Kommt ihr auch jetzt hier? Ich glaube, irgendwer fehlt da noch, glaube ich, ne? Ja, genau. Da kommen die gerade beide. Sehr gut. Einer zur Zeit. Kein Stress. Genau. Komm mal rüber jetzt hier. Wie gesagt. Hallo. Was machen die denn? So. Ihr beide bleibt da jetzt. Wartet. Und ich suche jetzt auf jeden Fall den nächsten. Ich brauche auf jeden Fall Hilfe bei dem Luftrainboefriend, den ich jetzt holen möchte. Das muss ich mir auf jeden Fall einfach verraten, Kartonkat. Miau, 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 miau. Alles klar. Das ist mir auf jeden Fall schon einmal tipp genug, Leute. Halb so wild. Oh. Hier ein bisschen den Hintern aufwärmen. Alles gut, Freunde. Und der Regenbogen-Friend, der ist wahrscheinlich entweder auf der Maze-Bank, weil wir ja quasi da der höchste Punkt, glaube ich, ist. Oder es montiert, der höchste Punkt. Es kann doch sein, dass montiert der höchste Punkt ist. Aber ich glaube, dass hier dieses neue Gebäude, Leute, der Yanzu-Tower, die kann man gerade schlecht sehen. Hier kann man ihn besser sehen, Leute. Der ist, glaube ich, der höchste Punkt. Vor allem ganz oben diese Spitze, die kann ich gar nicht sehen. Lass uns deswegen mal ganz kurz einen Helikopter aufsuchen, Leute. Und dann ganz bis nach oben fliegen. So, ich gucke mal gerade, wo wir hier einen Helikopter finden können. Und es gibt ja diesen einen Helikopter-Platz. Und hier sind wir auch schon angekommen. Und da fliegt schon der erste Helikopter runter, Leute. Den wir auf jeden Fall dann, glaube ich, gleich klauen können. Wir müssen nur ganz... Oh, vergiss den Helikopter. Lass uns den hier nehmen. Der sieht viel heftiger aus, Leute. Yeah, Alter. Okay, komm. Dann nehme ich den jetzt mal ganz kurz hier. So, guck mal, jetzt kann ich hier schön... Oh, yeah, Leute. Der sieht richtig böse aus. Ich kann mit dem sogar, glaube ich, den anderen Helikopter sogar einfach abschießen oder so. Kann das angehen? Hau rein! Oh, ha, ha, ha! Wuh! Oh, mein Gott. Der ist echt zu crazy, Leute. So, dann geht's ab jetzt hier mit dem Helikopter. Ganz nach oben, Leute. Zu dem Luft-Rainbow-Friend. So, und boom! Boom, hier auf die ganzen Teile rauf. Komm schon, einmal. Ah! Geht das auch mal kaputt? Das ist unser Störber. Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Okay. So, wir sind jetzt fast oben, Freunde. Und entweder er ist jetzt hier irgendwo auf diesem Haus drauf oder richtig hier weit oben. Ich kann auf jeden Fall oben, glaube ich, noch nichts erkennen. Oder ist da irgendwas drauf? Leute, ich glaube, da ist irgendwas drauf. Äh, ich halte die Augen mal offen und es sieht so aus, als wäre der wirklich... Leute, es ist, glaube ich, da. Der Luft-Rainbow-Friend. Könnt ihr den da kennen? Hier, Leute. Da ist er einfach. Der Luft-Rainbow-Freund. Wie cool ist das denn? Steigt mal ein, kleiner Racker. So, warte. Komm rein jetzt hier. So. So, und jetzt hängt er einfach hier an unserem Helikopter dran, ey, wie das aussieht. So, er hält sich auf jeden Fall echt gut fest mit seinen Flügeln. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall runter zu Cartoon-Cats-Basis und schon mal den zweiten Regenbogen-Freund abgeben. Das heißt, wir haben jetzt schon mal zwei von vier Regenbogen-Freunden. Und wir sind fast da, Freunde. So, einmal ganz kurz hier. Und gelandet, mehr oder weniger. Oh, 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 oh Gott. Oh Gott, geht es dem Regenbogen-Freund gut? Wo ist der, Leute? Der muss doch hier noch irgendwo sein, der kleine Racker, Leute. Der war doch eben noch hier irgendwo. Alter, es ist auch noch der Helikopter explodiert, Leute. Ah, hier ist er ja. Sehr gut. Dann, komm mal nach unten. Wir gehen jetzt zu den beiden. Mal gucken, was die gerade machen. Oh, die stehen da immer noch, Leute. Hab ich denen gesagt, dass die da stehen bleiben sollen. So, vorsichtig runter. Hallöchen. Einmal aus dem Weg jetzt hier, grüner Regenbogen-Freund. Es kommt nämlich der coole, der Luft-Regenbogen-Freund. Haha. Sehr gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal zwei von vier gesammelt. Kannst du mir sagen, was ich machen muss, damit du mir verrätst, wo der Wasser-Regenbogen-Freund ist? Miau, 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 miau. Äh, okay. Das ist auf jeden Fall alles klar, Freunde. Dann holen wir mal die Freundin. Ui, 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 ui. Die Freundin von Cartoon Cat zurück. Und jetzt müssen wir einfach nur überlegen, wo sich eine Katze verstecken kann. Äh, deswegen gehe ich immer wieder in mein Auto rein. Und schauen wir mal ganz kurz rum, ob wir vielleicht irgendwie so eine streunende Katze sehen. Und dann können wir sie ja wieder überzeugen, wieder mit Cartoon Cat zusammen zu sein, damit wir den Wasser-Regenbogen-Freund finden können, Leute. Hm, ist hier irgendwo eine, äh, weibliche Katze? Hallo? Ist Katze nicht sogar schon weiblich? Vater ist ja männlich, ne? Vielleicht geht ja hier bei den Obdachlosen irgendwas. Guckt mal, wie die mich alle anglotzen. Ich glaube, die haben hier irgendwas versteckt, Leute. Ist hier irgendwo Cartoon Cat, Freundin? Oh, die liegt hier einfach auf dem Boden? Was? Äh, aufwachen, Cartoon Cat, Freundin. So, jetzt hier aufwachen. Genau, ich bin's. Ich muss, äh, nämlich dich zurückgewinnen. Miau, 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 miau. Komm schon bitte, ich brauche deine Hilfe. Wenn du wenigstens mitkommen würdest und einen Tag mit dem Cartoon Cat verbringst, dann verrät er mir, wo der Wasser-Regenbogen-Freund ist. Ich brauche den unbedingt. Hm, miau, 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 miau. Sehr gut, dann komm mit. Äh, wir haben es nämlich eilig. Irgendwo hier, hat jetzt nicht ein Penner mein Auto geklaut. Ah, nee, da, ich hab schon hier, Leute, ich dachte gerade, wo ist mein Auto? So, einsteigen jetzt hier. Du kannst, okay. Hier sitze ich wie eine Lady nach hinten. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, geht's wieder zurück zu Cartoon Cat. Aus dem Bild jetzt hier, meine Freunde. Und ich schätze mal, oh, warte mal, wir können hier rechts lang gehen. Und ich schätze mal, ah, dass Cartoon Cat sich so doll freuen wird, dass er vielleicht so auch noch etwas verrät, wo der Feuer-Regenbogen-Freund ist. Weil der soll, glaube ich, richtig heftig sein. So, wir gehen nach oben. Kommt sie hinterher, Leute? Ja, da kommt sie. Sehr gut. Ah, so, Cartoon Cat. Ich hab da jemanden mitgebracht. Und zwar, Trommelwirbel, bitte. Oh, Cartoon Cats, Freundin. Sehr gut, oder? So, komm schon, geh näher ran. Ja, ja, trau dich, komm, vertragt euch. So, noch ein Stück, komm, bitte. Du musst noch ein kleines Stück, ja, ja, genau. Und jetzt, mwah, haha. Sehr gut. Ich glaube, die beiden haben sich auf jeden Fall jetzt gerade, auf jeden Fall für heute wieder versöhnt. So, Cartoon, kannst du mir jetzt sagen, wo der Wasser-Regenbogen-Freund ist? Miau, 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 miau. Oh Gott, Leute, nein. Okay, wir müssen schnell den Regenbogen-Freund retten. Er ist anscheinend unter Wasser gefangen oder so in einem Boot, Leute. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen jetzt hier zum Auto und schnell die ganzen Meere absuchen, ob hier irgendwo ein Boot zu finden ist. Wir dürfen es nicht dazu kommen lassen, dass der drauf geht, Leute. Wenn der Regenbogen drauf geht, haben wir einfach die Mission fehlgeschlagen und es ist noch nie passiert, dass wir nicht alle elementaren Leute gefunden haben. Ich rufe mir jetzt ganz schnell mal hier einen Kollegen an, Leute, der mir dann schnell ein U-Boot besorgt. So, und zwar hier der Barry, Leute. Der Barry geht auf jeden Fall ran und jetzt holen wir auf jeden Fall von dem das U-Boot. Ich muss auf jeden Fall jetzt hier rechts lang fahren, Leute. Und dann muss, glaube ich, hier unten gleich mein U-Boot stehen. Wenn der so auf jeden Fall alles vorbereitet hat, ist da unten mein U-Boot. Und ich glaube, hier ist noch in der Nähe dieses versunkene Schiff, wo wahrscheinlich der Regenbogen, Freunde, mich festhängt. Oh, da vorne. Ich sehe mein U-Boot, Leute. Ja. Okay, hier kurz die Abkürzungen nehmen. Ganz vorsichtig. So. Und dann einmal ganz kurz hier zu dem U-Boot hinfahren. Ganz wichtig jetzt hier. Okay, dann gehen wir jetzt hier mal schön nach oben. Und gehen jetzt hier ins U-Boot ran. Ich glaube, da hinten ist so eine rote Boje. Man kann sie ganz schlecht erkennen. Ich glaube, da könnte der Regenbogenfreund sein, Leute. Mal gucken. Ich gehe zu meinem First Person. Dann kann ich besser und besser sehen. Äh. Gibt es denn bei dem Ding nicht, oder was? Ach, doch, jetzt unter Wasser. So, jetzt hier, Leute. So, dann gucken wir mal ganz kurz. Und ist da vorne direkt schon... Warte mal. War da gerade das versunkene Schiff? Habe ich das gerade hinter dem Berg gesehen? Ich sehe schon die ersten Trümmerteile, Leute. Was ist denn da los? Okay, ich glaube hier... Warte mal. Wenn wir jetzt hier lang fahren, ist, glaube ich, das Versuch. Versunkene Schiff, von dem Cartoon Cat geredet hat. Ja. Wow. Okay. Oh Gott. Ich muss vielleicht noch mal ein bisschen... Oh, hier sind auch so Einzelteile, sehe ich gerade. Ich gucke mal, wie das aussieht, Leute. Hier ist ja komplett wassersunken. Wie soll man bitte schon hier den Regenbogenfreund finden? Der könnte hier überall sein, Leute. Warte mal. Da ist er doch sogar schon. Direkt neben dem Manta rochen. Guck mal. Der Regenbogenfreund. Alter, ich hänge echt doof fest. Der hängt da einfach gerade fest. Seht ihr das, Leute? Er möchte rausschwennen, aber er hängt fest. Keine Sorge, Regenbogenfreund. Wir helfen dir. Ich komme und schreite zur Tat. Wow. So, ich werde jetzt mal ganz so ziel auf mein Ding drauf schnüren, Leute. So, er ist oben drauf, Leute. Hängt da, wenn wir jetzt hier angeschnürt. Er muss auf jeden Fall ein bisschen mitschwimmen. Deswegen, wir gehen mal ganz schnell in die Luft, damit er Luft holen kann. Und Luft für dich. Ja. Oh Gott. Sehr gut. Okay. Ja, ja. Er hat schon die ganzen Armbewegungen immer noch in sich. Und er glänzt da richtig, Leute. Lass uns mal ganz schön hier vorne randüsen jetzt hier mit dem Ding. Yeah. Oh Gott, oh Gott. Regenbogenfreund. Du bist da richtig am glänzen. Geht's dir gut? Alles gut bei dir? So, ich muss deine Tauchausrüstung auf jeden Fall erstmal absetzen jetzt hier. So. Okay. Runter damit. So, runter bei der Tauchausrüstung. Komm mal runter. So, wärm dich mal ein bisschen auf. Ich weiß, das war für mich echt ein richtig harter Ritt. Das muss richtig schlimm für dich gewesen sein. Ich geb dir noch ein paar Minütchen, Leute. So, aber jetzt ist hier auf jeden Fall genug aufgewärmt. Bloß nicht ins Feuer laufen. Das wäre für mich jetzt fatal. Dann steigen wir jetzt hier wieder ein in meinen Wagen. Und jetzt haben wir sogar einfach schon drei von vier Regenbogenfreunden gefunden. Wie cool ist das denn, Leute? So, jetzt sind wir ein bisschen langdüsen jetzt hier mit dem Ding. Ey, das ist ja so cool. Ihr könnt jetzt mal in den Kommentar schreiben, wo ihr glaubt, wo sich der Feuerregenbogenfreund befindet. Weil den werden wir jetzt auch gleich finden. Nee, nee. Und dann einmal ganz kurz hier den Geheimweg nehmen, Leute. Haha, den kennt nämlich keiner. Und ab zu Cartoon Cat. Alles klar. Dann kommen wir mit, Regenbogenfreund. So, ab geht's jetzt hier nach oben. Hohohoho. Und wir können jetzt hier hochgehen. Und ich glaube, dass wir jetzt hier gleich die anderen, glaube ich, sehen. Mal gucken, was die jetzt hier gerade machen. Und oh, Cartoon Cat ist hier gerade anscheinend ein bisschen am Arbeiten, oder was? Und ja, Regenbogenfreund. Ja, genau. Kommen wir hier zur Seite. Da stelle ich mal ein bisschen neben die Couch. Der Grün ist gerade in der Badewalle. Und Cartoon Cats Freundin, die ist anscheinend ein bisschen am Dingsen. Wo ist denn der Luftregenbogenfreund? Hä, wo ist der denn, Leute? Ist der irgendwo? Ach, der chillt da oben. Ach so, ich wollte schon sagen. Okay. Jetzt hättest du noch einen Regenbogenfreund. Und zwar der Feuerregenbogenfreund. Also Cartoon Cat, wo ist der letzte? Miau, 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 miau gut. Ich bin echt gespannt, als ob wir einfach den Feuerregenbogenfreund so herstellen können oder so. Ich hoffe auf jeden Fall, dass er dann zu uns dann freundlich ist. Ich meine, da keiner richtig böse sein soll. Hier ist nochmal die finale Leiter. Oh, sehr gut. Okay, der Professor ist da. Oh Gott. Okay, hier kann anscheinend der Regenbogenfreund gleich kommen. Wie können wir den jetzt herbeschwören, Herr Professor? Die Zuschauer müssen ein Like und ein Abo-Nummer verlassen. Dann wird der Feuerregenbogen Freund erscheinen. Leute, ihr habt ihn gehört. Rücken Sie am besten einfach auf den Like und auf den Abo-Button und zwar in 3, 2, 1, go! Wow! Was? Das ist der Feuerregenbogenfreund. Der sieht ja richtig böse aus. Komm mal mit, Kollege. Ich muss dich zu den anderen bringen. Das ist ja richtig crazy, Leute. So, ab geht's jetzt hier mit denen zu den anderen. Also, der rote Feuerregenbogenfreund ist jeden Moment da und da ist auch schon... Oh Gott, ich mach mal ganzes Platz für den, Leute. Der ist ja richtig groß. Und deswegen haben wir jetzt einfach alle Regenbogenfreunde gesammelt. Alle elementaren gesammelt. Wenn ihr von mir wieder mehr sind möchtet, Leute, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt gerne bei mir so aus. Haut rein. Bis morgen. Ciao, ciao.